Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 294. Mein Name ist René Außerdem, heute mit dabei der Herr Dennis. Ja, Servus, hallo. Der Wettkönig Basti. Gude. Und der Herr Marvin ist gerade noch mit den örtlichen Verkehrsmitteln in Frankfurt unterwegs, der kommt aber gleich dazu, den begrüßen wir dann, wenn es soweit ist. Grüße, genau. Ich würde sagen, wir fangen in der Zwischenzeit schon mal an, uns so ein bisschen den Frust von der Seele zu reden. Wir haben jetzt extra gesagt, wir nehmen heute am Montag auf, damit Basti noch maximal viel Frust in sich trägt, in diesem wunderbaren Spiel gegen Augsburg. Da konnte man schon so ein bisschen ab der ersten Minute erkennen, dass da irgendwie nicht so richtig viel geht. Ich habe mir heute nochmal versucht, so ein paar Beiträge durchzulesen. Da gab es ja unter anderem diesen einen Beitrag von Lukas Radetzky, Zusammenfassung im Kicker, wo er irgendwie sagte, von wegen, man hätte schon nach dem Spiel gegen Gladbach gemerkt, dass wir quasi vollkommen überheblich da unterwegs sind. Weiß ich nicht, Aussage würde ich nicht teilen, aber man hat zumindestens gemerkt, dass wir uns da sehr schnell gegen Augsburg jetzt haben, die Butter vom Brot nehmen zu lassen, oder? Herr Dennis? Grauenvoll. Grauenvoll. Dennis zuerst. Ich darf sogar zuerst. Du darfst zuerst. Okay, also ja, dann fange ich mal an. Also ich muss wirklich sagen, ich war mega enttäuscht. Es war absolut, die Befürchtungen wurden wahr. Du riechst sozusagen an einem wirklich super Tabellenplatz, der wirklich ergreifbar war. Und auch eine Leistung vorher, die, ja, hat auch mich träumen lassen. Und dann kommst du da hin und kommst überhaupt nicht ins Spiel rein und denkst erst mal, was ist denn hier los? Was ist das für eine Verunsicherung? Und ja, im Endeffekt, das Ergebnis war fast ja noch zu niedrig. Also das können wir Radetzky teilweise noch uns bei ihm bedanken, dass da nicht noch mehr Tore gefallen sind. Das war wirklich also absolut indiskutabel, die Leistung und war mega enttäuscht. Also wirklich grausam. Auch muss man wirklich sagen, leider auch ein schönes Tor von Gregoritsch war es, glaube ich, da zum 2-0 von Augsburg. Also das hat er gut gemacht. Aber du hast generell verpasst, in die Zweikämpfe frühzeitig zu gehen. Du hast generell dieses typische, du brauchst 110 Prozent, 120 Prozent eventuell in den Zweikämpfen richtig mit Wucht rein. Haben sich komplett verwissen lassen. Verstehe ich auch nicht. Deshalb die Kritik. Ich habe es auch gelesen gehabt, was Radetzky da so sprüchemäßig hat hier was rausgeschrieben. Einige haben Bilder gepostet, dass wir Zweiter sind. Vielleicht sind wir zu euphorisch geworden. Ja, dann ist es natürlich traurig, dass die Leute dann es nicht mehr hinbekommen, ihren Schweinehund ein bisschen in die richtige Richtung zu lenken, nenne ich es jetzt mal. Und ja, dementsprechend, also ich bin mega enttäuscht und habe auch richtig die Schnauze voll gehabt. Jetzt heute zum Glück Montag, die Woche, werden wir auch abgelenkt durch den Pokal wieder. Also für mich ist es Mundabputzen weiter. Aber ihr habt da sicherlich auch eine ähnliche Meinung. Oder wie sieht es da aus? Ja, also sagen wir mal so, auf der einen Seite muss man natürlich jetzt sagen, ist jetzt durch die Niederlage nicht so viel verloren gegangen. Also wenn man sich die Tabellensituationen anguckt, ist das ja immer noch alles sehr entspannt. Und die Erwartungshaltung, dass man jetzt unbedingt in Augsburg gewinnt, die war ja jetzt auch nicht, also es war ja kein 200-prozentiges Spiel, was wir da hätten für uns holen müssen. Zum einen haben wir noch nie in Augsburg gewonnen, zum anderen spielen die ja jetzt auch nicht schlecht. Man hätte aber, wenn man sich vernünftig reingegangt hat, und das ist der Punkt, der mich halt einfach an diesem Ding am meisten frustriert, wenn man einfach, so wie die Spiele davor, über den Kampf versucht hätte, das Ruder da rumzureißen und so weiter, Phrasen, Tralala, hast du nicht gesehen, dann wäre da was gegangen. Aber die Art und Weise, wie man da ja Fußball gespielt hat, falls man da stellenweise überhaupt Fußball nennen kann und sich halt so auf, mit den gleichen Mitteln die Butter vom Brot nehmen lassen. Augsburg war jetzt spielerisch auch nicht Real Madrid, ja, sondern die haben halt einfach, wie du schon sagst, die sind in die Zweikämpfe gegangen, die sind vernünftig auf den Mann gegangen, die haben die Passwege zugestellt, die haben die Mitte zugestellt, die haben die Freiräume bespielt, die haben die Abwehr auseinandergezogen. Also alles das, was wir normalerweise auch können, haben die gemacht und wir haben es halt einfach komplett sein lassen und haben versucht, mit langem Hafer auf irgendeinen Haller zu spielen, der da vorne halt auch einfach keine Chance hat, wenn er keine Anspielsituation hat, der kann zwar den Ball mal gegen drei Leute behaupten, aber der kommt halt auch aus 25 Metern nicht zu einem vernünftigen Torschuss, ja. Der Einzige, der mal irgendwie halbwegs gefährliche Torsituationen rausgeholt hat, war Jovic durch die zwei Freistöße, wo es Chandler dann mal geschafft hat, irgendwie zum Flanken zu kommen. Ein Wolf hat sich auf der rechten Außenbahn die Hacken wund gelaufen und es war niemals jemand da, den er hatte vernünftig irgendwie anspielen können. Wir hatten am Ende, ich habe mir den Wert mal rausgesucht, einen Wert von den Experten des Goals von 0,3. Am Ende von 90 Minuten. Also liebe Leute, das kann es doch am Ende nicht sein. Das stimmt, ja. Wenn du dir anguckst, diese langen Pässe, die da gespielt worden sind, ja, wir haben die Außen überhaupt nicht genutzt. Unsere große Stärke in den letzten Spielen waren immer ein Wolf und ein Chandler auf der Außenbahn, die einfach für Wirbel gesorgt haben, die dafür gesorgt haben, dass wir bis auf die Grundlinie rauskommen, dass wir flanken können. Und wir haben es nicht gespielt, wir haben über langen Hafer auf einen Haller gespielt, der vorne nichts machen konnte. Und Augsburg auf der Gegenseite hat immer die Lücken gespielt, die hinter einem Wolf und einem Chandler waren und hat damit die Abwehr so weit auseinandergezogen, dass da einfach wahnsinnig viel Platz war. Und mein Gott, was will ich, dass ein Abraham wieder fit wird und zurückkommt, das kann es doch nicht sein. Oh ja, verjetzt grauenvoll. Och, herrje. Mann. So, Basti, jetzt darfst du. Nimm Anlauf. Ich will gar nicht. Nimm Anlauf. Nein, ich nehme nicht Anlauf. Warum nicht? Weil ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Dann erklär uns das mit dem Wettschein. Nein. Ach, Wetten. Das ist scheiß auf Wetten. Also. Ständig. Ich kann mit diesem Verein nicht arbeiten. Das ist ständig was Neues. Du. Wir haben ja schon probiert zu beschreiben, wie schwierig wir das finden, das alles einzuordnen. Ja, und jetzt kommt das hier dazu, weil das war nicht mal Pech oder so. Das war ja grauenhaft. Und das war irgendwie gleichzeitig mit Ansage, gleichzeitig aber auch nicht. Und das ist genau das. Wir haben diese zwei. Das war wieder die Eintracht, wie wir Eintracht-Fans die Eintracht kennen. Wovon vielleicht der Außenstehende, der eben nicht versteht, warum wir nach dem Freiburg spielen. Wie ich, das ist angemacht nicht, aber wie ich ständig angesprochen wurde. Ja, warum kannst du nach so einem 1-1 gegen Freiburg brauchst du nicht so nichts? Nein, genau deswegen. Wegen diesen Spielen bin ich sauer. Und ich bin jetzt immer wieder sauer. Wobei ich gar nicht sauer bin, weil ich dann denke, lass mich doch in Ruhe. Ich bin echt durcheinander. Weil normalerweise würde ich mich ganz stark über dieses Spiel aufregen. Andererseits müsste ich vielleicht sagen, okay, so Tage gibt es halt, da geht nichts. Augsburg war auch ein bisschen griffiger an dem Tag. Schwamm drüber, nächstes Spiel. Ich bin aber zu vorgeschädigt. Von allem. Von der Saison und von der letzten Rückrunde, von Eintracht im Allgemeinen und von der Situation, dass wir hätten Zweiter werden können. Dass ich gerade nicht in der Lage bin, gerade nicht am Montag, das hier rational einzuordnen. Ich weiß nicht, ob das jetzt das erste Zeichen war, was der René schon angekündigt hat. Oh, die SG ist wieder da. Unsere SG, die wir kennen und hassen. Ja, also hassen ist jetzt ein bisschen klar. Oder ob das ein Ausrutscher war und die jetzt Köln weghauen oder Mainz auch erstmal. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich werden wir es in vier Wochen immer noch nicht wissen, weil wir wahrscheinlich im Wechsel ein Spiel gewinnen, ein Spiel verlieren, ein Spiel gewinnen, ein Spiel verlieren. Und du nicht weißt. Ich probiere es mal nach der Reihe. Aber festzuhalten ist, die Eintracht hat es nicht geschafft, diese riesige Chance, die uns die Vereine am Samstag geboten haben, zu nutzen. Oh ja. Von dieser Auswärtsstärke war nichts mehr zu sehen, nachdem man sich scheinbar ausgeruht hat, weil man endlich mal zu Hause gewonnen hatte. Und ich glaube, dass an Raseckis Aussagen ein bisschen was drin war. Das wirkte auf dem Platz für mich. Boateng muss ich da ansprechen. Der wirkte in der einen oder anderen Situation echt teilweise arrogant. Also, dass er so ein bisschen diese Verzögerung im Spiel hatte. Der hat den Ball und guckt erst und hat immer diese Halbsekunde zu spät abgespielt. Hat teilweise dadurch auch drei, viermal den Ball verloren. Über Vallett will ich gar nicht reden. Das war ja eine unfassbare Katastrophe. Ja, das wäre echt schlimm. Vielleicht versteht jetzt der ein oder andere. Vielleicht versteht jetzt der ein oder andere. Grüße an alle. Warum der Marvin, ich und ihr wahrscheinlich auch, warum wir unbedingt einen Innenverteidiger haben wollten. Weil man eben, und das ist genau, natürlich kannst du in einem Spiel mit Salcedo und Falle. Du kannst auch in zwei Spielen. Aber spätestens im dritten Spiel passiert das, was in Augsburg passiert ist. Das geht nicht. Diese Mannschaft, und über Jovic reden wir auch noch, diese Mannschaft kann Rebic und Abraham nicht ersetzen. Das hätte ich aufgrund der Preise, die wir haben und auch feiern, nicht gedacht. Aber es scheint so zu sein. Weil das Rebic mal gefehlt hat, haben wir im vergangenen Spiel schon gemerkt. Wo war das? War das nicht gegen Freiburg auch? Das war gegen Freiburg, oder? Wo Rebic auch gefehlt? Das war gegen Freiburg, wo er noch verletzt war, glaube ich. Genau. So, da merkst du es. Und jetzt ist er wieder nicht da. Und man merkt, dass er fehlt. Er fehlt auch Allaire. Weil Jovic und Allaire finde ich viel zu ähnlich. Oh, Jovic ist wie so ein kleiner Allaire. Da hast du zwei Strafraumschirmen. Das ist nicht gut. Gerade nicht für das Spielsystem in Eintracht. Und Rebic reißt halt oft die Räume, die Allaire braucht. Oder dann halt nicht mehr gedoppelt wird. Und er ist immer giftig. Überhaupt nicht zu ersetzen. Ich habe es ja getwittert. Nur Rebic, nur Party. Und Abraham hinten auch nicht. Also Follett, bei aller Liebe, den will ich jetzt erstmal nicht mehr sehen. Ja. Nee, ich auch nicht. Also bin ich voll bei dir. Das war eine Katastrophe. Das war eine Katastrophe, wie viele Angriffe über diese halbrechte Seite von dem, unsere halblinke Seite waren. Da standen ja die Augsbukette zur Halbzeit ja schon 3-4-0 führen können. Ja. Ja, Flocke. Ja, stimmt. Ja, da waren so ein paar Dinger dabei. Das war ja allein irgendwie in der, was war das, fünften, sechsten Minute, der Eckball, der da kam. Wie heißt der hier? Danso oder was? Frei zum Kopf. Aber so was. Wahnsinn. Der läuft an der Außenlinie vom 16-Meter-Raum. Da stand der. Und der konnte in aller Ruhe da reinlaufen und kam an den Ball. Also ich glaube, das war Salcedo in der Situation, für die er falsch zugeordnet war oder nicht mitgelaufen ist. Ja, das ist doch vollkommen egal wer. Und es waren noch wirklich viele Situationen. Deshalb nochmal an der Stelle. Radetzky hat wirklich einen guten Tag gehabt und hat da ein oder andere Mal wirklich noch das Feuer noch gelöscht. Passquote auf der anderen Seite war, es ging auch überhaupt nichts nach vorne. Die Bälle, ich habe die Statistiken gelesen, habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Passquote war bei uns 80 Prozent oder 79 Prozent Passquote, bei den Augsburgern nur 63. Davon habe ich im Spiel überhaupt nichts mitbekommen. Ich habe noch gedacht, wir hätten hier, jeder zweite Pass geht ins Nichts oder noch schlimmer. Im Endeffekt eigentlich, was das Wichtige war, die wichtigen Pässe waren alle für den Arsch vorne. Genau, das ist es nämlich. Jeder Pass, der mal in die Spitze gehen sollte oder der letzte Pass, das war alles scheiße. Und das ärgert mich dann halt. Das ist einfach scheiße. So kommt auch diese Passquote zustande, weil wir keinerlei Idee hatten, sondern immer nur den Ball irgendwie hinten im Dreieck Salcedo, Radetzky, Falet und da hin und her gespielt haben. Wir sind kaum über die Mittellinie gekommen. Und in dem Moment, wo wir über die Mittellinie kamen, waren sie sich nicht einig, wie sie den Ball spielen sollen. Das fand ich so ziemlich bezeichnend. Ich glaube, das war kurz vorm Ende der ersten Halbzeit, wo ein Wolf auf der Außenbahn den Ball für Boateng in den Lauf spielen will und Boateng aber in dem Moment schon abgedreht war und den Ball eigentlich auf dem Fuß haben wollte. Und von diesen Dingern hattest du so wahnsinnig viele, dass sie immer sehr oft im falschen Moment abgespielt haben und dann dabei noch die falsche Entscheidung getroffen haben. Da wollte jeder was anderes machen als der andere. Und so kriegst du halt einfach keinen Spielfluss da rein. Stimmt, ja. Und gerade mit dem, was Basti gesagt hat, mit diesem zu früh Abspielen, das war eine, auch kurz vorm Ende der, was heißt kurz vorm Ende der ersten Halbzeit oder der zweiten, ich glaube, das war um die 80. Minute herum, wo Wolf durchaus nochmal die Chance gehabt hätte, einen gefährlichen Pass an den Rand vom 16er zu spielen, aber er meint noch zwei Schritte laufen zu müssen und steht halt dann einfach fünf Zentimeter vor dem Gegenspieler. und vorher war die Lücke halt einfach so groß, da hättest du eine Horde Elefanten durchschieben können und das hätte funktioniert, ja. Das hat diesmal alles gar nicht geklappt. Nee, das war frustrierend ohne Ende. Ja. Halt vollkommen unnötig. Ich bin da echt bei euch, ich tue mich trotzdem schwer, weil diesen Rant hatte ich nach dem Freiburg-Spiel auch und da war es ja dann scheinbar auch nicht so schlimm. Ich habe fast Schiss, weil ich auch Angst habe, dass ich recht habe, dass die Eintracht einbrechen wird. Ich weiß es nicht. Aber sind das nicht viele Sachen, woran man arbeiten kann, Basti? Und auch gerade, absolut zu loben nochmal, der Einsatz von Fabian, die 10 Minuten, Viertelstunden, 20 Minuten, die er gespielt hatte, fand ich nicht schlecht. Hast du gemerkt, er bringt ein bisschen Kreativität rein. Ich denke schon, dass das auch Situationen gibt und du hast es richtig angesprochen, Rebetsch, der hat uns vorne gefehlt, das war echt krass, der ja nur gelb gesperrt war, dementsprechend ist er ja jetzt wieder dabei. Ein Abraham hinten, der auch die Stabilität bringt. Ein Fayette ist da einfach, du hast es richtig angesprochen, der kann mal zwei Spiele spielen, dann erkennen aber die Gegner auch, was sind die Schwächen, wie müssen wir da anlaufen. Dann machen die sehr schnell Fayette auch aus und dann laufen nur noch die Bälle über ihn. Und dann hast du gemerkt, er kam nie in die Zweikämpfe rein. Deshalb, also ich sehe es nicht ganz so schwarz, dass wir jetzt hier im Untergang haben und das ist jetzt alles schlecht und wir haben jetzt das Problem, dass da nicht schnell auch was zu ändern ist. Sondern ich denke, eigentlich sind Situationen, klar, das sind jetzt wieder, Kasinovic hatte auch einen rabenschwarzen Tag gehabt, der normalerweise auch starke Spiele machen kann. Ich bin da überzeugt von, auch wenn mal wieder so ein bisschen Ruck reinkommt und die Spieler mal wieder ein bisschen auch am Tag richtig intensiv fit sind und auch gedankenschnell sind. Und das waren sie diesmal nicht. Die hingen, Basti, bin ich voll bei dir, immer eine halbe Sekunde hinten dran. Und dadurch kam dieser ganze Mist. Das ist eine Kette, die hat sich durchgezogen durchs ganze Spiel. Das hast du irgendwie nicht losbekommen. Deshalb, ich sehe es als Ausrutscher. Ich hoffe, dass es ein Ausrutscher ist. Ich sehe aber auch viel Potenzial dabei, oder auch viel Indizien dafür, dass es tatsächlich ein Ausrutscher gewesen sein könnte. Wir werden es sehen. Ganz kurz. Mittwoch wird es sich zeigen. Ich will es auch relativieren. Ich verlange das von der Eintracht auch gar nicht, dass sie in Augsburg gewinnt. Weil Augsburg spielt auch eine gute Saison. Und das kann auch passieren, dann verlierst du halt auch mal 3-0. Ich will nur darauf hinweisen, dass es halt zum ungünstigen Zeitpunkt kommt und das nicht hätte sein müssen. Trotzdem nicht. Voll richtig. Die Eintracht steht gut da und es ist noch nichts passiert. Und es kann auch immer noch sein, dass die Saison echt geil wird. Wir am Ende echt euphorisch sind. Ich will nur trotzdem darauf hinweisen, die Eintracht hätte lieber trotzdem die Punkte jetzt schon holen sollen, dann hätte sich diese Dürrephase, die bestimmt kommt. Gerade wenn du auch schwerere Spiele bekommst. Das hätte nicht sein müssen, weil Augsburg war an dem Tag zwar gut, aber auch nicht unbesiegbar. Die haben einfach früh gepresst. Damit kommt die Eintracht scheinbar nicht zurecht. Aber die Räume hinter der Augsburger Abwehr, die wären trotzdem da gewesen. Auf jeden Fall. Die Räume wären da gewesen, was vielleicht tatsächlich gefehlt hat. Ich finde, Jovic und Aller hat vielleicht dann auch die Schnelligkeit gefehlt. Vielleicht war das einfach auch ein Fehler von Kovac, die beiden gleich zusammen aufzustellen. Vielleicht hätte ein Barcourt da mehr gerissen, weil du es an gewissen Stellen gesehen hast. Bei der linken Seite, bei Chandler ging trotzdem ab und zu was. Da ist trotzdem ein bisschen Drive. Dann waren auch diese zwei Flanken auf Jovic da. Das stimmt. Aber ich glaube nicht, dass eher die Taktik war, dass die Außen Richtung Grundlinie laufen sollen und dann von hinten einspielen. Weil das hatte ich das Gefühl, was auf der Wolfsseite halt leider überhaupt nicht klappt hat. Weil auch Wolf meiner Meinung nach einen rabenschwarzen Tag hatte. Also die Pässe waren alles andere als passend. Dementsprechend vielleicht war das auch die Idee, die Außen laufen eher Richtung Grundlinie, ziehen von da rein. Dann brauchst du im Endeffekt nicht diese Schnellen, sondern brauchst du eher diese Stoßstürmer oder auch diese Klötzer. Diese Theorie hat dann auf beiden Seiten nicht funktioniert, weil ein Chandler hat das im Vergleich zu dem Spiel davor auch nicht gemacht, sondern hat auch am Rande des Sechzehners schon irgendeine unnütze Flanke da reingeschlagen. Aber wer hier ja auch immer ein bisschen Wirbel reinbringt, ist der Herr Marvin und der ist jetzt da. Und der darf jetzt hier mal abschließend was zu diesem wunderbaren Spiel sagen. Ja, ja. Ich finde, vielleicht kam der Warnschluss zur richtigen Zeit einfach. Also was soll ich dazu sagen? Ich meine, ihr habt wahrscheinlich schon alles aus... Nee, den Punkt hatten wir in der Tat noch nicht. Okay, weil ich glaube einfach, das gehört zur Eintracht dazu. Ich würde jetzt auch ehrlich gesagt jetzt nicht so richtig den Teufel an die Wand malen. Ich habe jetzt zwischenzeitlich schon gelesen, ja, die Eintracht wie immer, schlimme Rückrunde. Leute, kommt mal klar, wir haben jetzt einmal gegen Augsburg verloren. Es ist auch kein Ende, ja. Ich meine, Augsburg ist ein brutal unangenehmer Gegner. Das hast du jetzt gemerkt, das ist die ganze Saison. Da haben sich schon einige Bundesliga-Gästen in dieser Saison umgeguckt. Die stehen auch nicht zu Unrecht da oben. Die sind extrem, die sind auch genauso unangenehm zu bespielen wie wir. Und dann kommt auch noch dazu, dass bei uns vieles nicht geklickt hat. Auch darf man nicht vergessen, dass wir bei den Freistößen, die es gab, also selber, die wir selber hatten, Freistoß-Eckbälle wieder extrem schlecht waren. Auf der anderen Seite hatten die auch ein bisschen Glück. Da war auch die ein oder andere schiedsrichtige Situation dabei, die man hätte anders bewerten können, ja. Das ist jetzt auch, das sollte gar keine Ausrede sein. Augsburg hat absolut in meinen Augen absolut verdient gewonnen. Aber da kam jetzt von beiden Seiten viel zusammen. Und ich würde einfach sagen, wir müssen es so nehmen. Viel wichtiger ist für mich halt, was jetzt daraus gelernt wird, ja. Weil, dass du gegen Augsburg auswärts verlieren kannst, es ist scheiße. Ich hasse es, gegen Augsburg zu verlieren, weil ich will normalerweise, wenn ich schon auswärts verliere, nur gegen namhafte Gegner. Ist jetzt nicht böse gemeint, lieber Augsburger, aber Augsburg ist für mich sehr emotional immer noch so eine Mannschaft, muss ich schlagen, was ist los mit euch, ja. Aber natürlich weiß ich, dass die halt dementsprechend gut stehen. Die sind jetzt auf Platz sieben. Dadurch sind sie auch an uns ein bisschen herangerückt. Ja, okay. Eigentlich, wenn ich ja auswärts fahre, will ich nur gegen den Maximal gehen. Auch gegen die Bayern kann ich es tolerieren zu verlieren. Und vielleicht noch in BVB, so größenwahnsinnig sind wir als Eintracht-Fans. Aber damit müssen wir klarkommen. Und ich denke, wichtig ist jetzt, dass du das als Warnschuss begreifst und die Konsequenzen daraus ziehst. Natürlich, aber Leute, jemand wie Wolf darf halt auch mal einen schlechten Tag haben. Ich meine, so ist es halt. Was soll man daran ändern? Wichtig, ich muss auch mal positive Dinge daraus ziehen. Und zwar, dass ich sehe, ja, geil, Fabian spielt wieder. Der hat jetzt noch keine Bäume ausgerissen, aber der ist wieder da. Ist doch auch schön. Und an so kleinen Dingern kann man sich halt auch festhalten. Ja, das definitiv. Und ich würde dem Punkt in der Tat so ein bisschen beipflichten, dass ich jetzt einfach noch dran glaube. Und da würde ich halt, was die total widersprechen, jetzt die Punkte mitnehmen. Und dann nachher, finde ich, ist nicht der richtige Ansatz, sondern halt dran zu glauben oder davon auszugehen, dass man jetzt, wo anscheinend irgendwie so ein bisschen dieser Laissez-Faire-Stil da aufkam, da dann jetzt noch mal ein bisschen dran zu drehen und einfach zu sagen so, hey Leute, wenn ihr euch nicht reinhängt, dann geht es halt auch einfach mal ganz schnell in die andere Richtung. Und da vertraue ich drauf, dass ein Kovac das mehr als deutlich rüberbringen kann. Erst recht vor dem Pokalspiel jetzt am Mittwoch. Aber glaube ich schon, dass das jetzt noch zum richtigen Zeitpunkt kam und muss dann noch so ein bisschen zerhelfen. Und an dem Strich dürfen wir halt auch nicht vergessen, ja, dann ist es halt am Ende Platz acht oder neun, aber dann ist es halt immer noch für eine Mannschaft, für die Eintracht eine absolut solide Leistung. Aber da brauchen wir ja jetzt nicht drüber reden, da haben wir ja noch ein paar Tage bis es so kommt. Nee, da haben wir auch noch ein bisschen Zeit. Die Saison wird sich noch ausdifferenzieren. Du wirst noch öfter genau solche Spiele haben. Wir haben jetzt aber angefangen, mal wieder zu Hause besser zu punkten. Da wird sich jetzt noch einiges verschieben, ja. Aber wir stehen jetzt noch aktuell ganz gut da. Wir brauchen uns jetzt keine zwingenden Gedanken über die Champions League zu machen. Aber wichtig wird sein, dieses Punktrappolster, was wir jetzt haben, was ja relativ gering ist, trotzdem weiter zu forcieren an den nächsten Spielen. Natürlich ist auch die nächste Partie im Pokal, da werden wir gleich drauf kommen, das wird immens wichtig sein. Dann das nächste Heimspiel. Wir müssen halt da jetzt auch wieder versuchen, die Punkte zu holen. Klar ist es gegen Augsburg ärgerlich, aber gut. Ich muss mir jetzt fünf Euro reinschmeißen. Ich verliere lieber einmal 0,3 als dreimal 0,1. Insofern ist es nicht. Das stimmt, ja. Ja, wenn ich aus dem Freiburg-Spiel eines gelernt habe, werde ich mit den Bewertungen auch abwarten. Ich will gar nicht mehr, weil das macht mich ja selber nervös, nach jedem Spiel eine Bewertung abzugeben. Genau. Ist vielleicht auch schwachsinnig, weil nach dem Gladbach-Spiel fällt die anders aus, haben wir gesagt, die andere hat es gut gemacht. Ich habe den Fehler nach dem Freiburg-Spiel schon gemacht, wurde dann in Wolfsburg Gott sei Dank eines Besseren belehrt, dann Gladbach hat die andere einen draufgesetzt. Aber trotzdem wird man es mir am Montag noch verzeihen, dass diese Angst bei mir noch da ist, weil das trotzdem, das ist trotzdem, es ging durch alle Münder in Frankfurt und so ein bisschen typisch Eintracht hat man sich schon gedacht. So dieses, könnte es zweiter werden, natürlich verbocken die das jetzt. Da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige, der das gedacht hat. Umso wütender war ich, als es passiert ist. Aber ich werde mich gegen Ende der Woche wahrscheinlich dann auch wieder beruhigt haben, beziehungsweise wer weiß, was am Mittwoch passiert. Ich wollte gerade sagen, du darfst nicht bis Ende der Woche warten. Du hast Mittwoch schon einen Termin. Ich verstehe das Sentiment absolut. Aber man muss auch hier überlegen, was sollen denn andere denken? Also jetzt bei allem Respekt, wenn wir jetzt dann anfangen, ja, die Eintracht so passt, das kann ich doch wirklich am Ende der Saison sagen. Ich würde die Endabrechnung, da können wir sagen, super, die Eintracht hat so ein gemachtes Feld gehabt und haben dann zehn Spiele hintereinander verloren und sind dann trotzdem auf dem 13. gelandet. Dann sage ich, scheiße, die Eintracht so typisch die war. Aber jetzt nach einem verlorenen Spiel, weißt du, das ist halt das Ding. Ich kann doch nicht Woche für Woche so emotional leben. Also das kann ich schon und ich habe das ja auch für viele Jahre hinweg gemacht und der Basti ist mitten in dieser Phase drin, dieser absoluten Emotionalität. Ich glaube, seinem Herzen würde es besser gehen, wenn die Eintracht dauerhaft auf Platz 10 und Platz 12 rumjucken würde, was irgendwie ein bisschen tröge wäre. Aber das ist jetzt eine ganz andere emotionale Anstrengung, weil du jetzt was erreichen kannst, von dem du vorher eigentlich gar nicht gedacht hast, dass es überhaupt möglich wäre. Aber man muss halt trotzdem das auf einem längeren Kontext betrachten und es werden noch andere fallen, es werden noch andere irgendwie, bekommen noch Steine in den Weg gesetzt. Wichtig ist, dass die Eintracht halt trotzdem die Konsequenzen auszieht und dass wir auch, denke ich mal, als Fans jetzt nicht mehr sagen, so, ja super, jetzt die Eintracht. Und dann auch wieder, also weißt du, wir müssen, ja, wir müssen, ich glaube, da ist es auch wichtig. Aber das wird, aber das wird, glaube ich, nicht passieren. Du musst, glaube ich, nochmal kurz, du musst einen Unterschied zeichnen zwischen, wie geht es Eintracht-Fans nach dem Spiel, was besprechen die mit ihren Freunden, wie frustriert sind die und was machen sie aber nächstes Spiel im Stadion. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Und das ist ja auch von den Ultras, die Ultras haben ja auch gesagt, ja, aber wir sprechen hier nicht von Europa bis ein paar Spiele vor Saisonende und das finde ich gut. Ich glaube auch, also man muss da echt, also man muss das auf jeden Fall differenzieren. Ich glaube, dass die Eintracht, egal was die diese Saison noch macht, die wird diese Saison gar nicht mehr ausgefiffen, selbst wenn wir jetzt fast alle Spiele verlieren. Das ist, man darf das natürlich auch nicht verwechseln mit, ich habe jetzt persönlich diesen unfassbaren Traum zu sagen, ey, wir hätten Zweiter sein können, wir können echt um die Europapokalplätze mitspielen, weil auch nach Samstag alle unentschieden Spiele haben und die Bundesliga jetzt echt aus so einem angeglichenen Niveau ist, wo die Eintracht gerade mitschwimmt und dem, dass wenn das nicht erreicht wird, werde ich mit Sicherheit natürlich am Ende der Saison nicht am Zaun hängen und sagen, Trainer raus. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Es gibt ja einmal einen Traum, den man sich gerne erfüllen will und einmal eine Pflicht, die man erfüllt. Also wir reden ja jetzt hier nicht, dass die Eintracht jeden Tag zur Arbeit geht und ein einigermaßen geregeltes Leben führt, ist die eine Sache, ein Florida-Urlaub ist natürlich trotzdem was Schönes. Aber ich werde doch nicht mich umbringen, nur weil ich nicht nach Florida fliegen kann, solange ich noch einen Job habe. Also um das in Relation zu setzen. Du musst ja einfach... Das stimmt zwar, Basti, aber eine Sache, darf ich kurz einhacken, eine Sache muss ich nämlich dazu sagen, denn du hast recht und ich bin auch voll dabei, wenn jetzt die Spiele unglücklich verloren gehen, die Nächsten, sagt keiner was. Aber die Art und Weise, wie wir am letzten Spieltag aufgetreten sind, das gucke ich mir einmal an, das gucke ich mir vielleicht auch noch ein zweites Mal an, was sehr ärgerlich wäre, wenn jetzt gegen Mainz wieder so eine Leistung, wir scheiden da aus, weil da kannst du es nicht mehr gut machen, dann bist du raus aus dem Pokal. Da können wir gleich noch ganz genauer drüber sprechen, ja. Genau, dann hast du das Spiel gegen Köln zu Hause, das guckt man sich vielleicht auch noch an, dann sind die Kölner mega euphorisiert, weil sie eben hier denken, was weiß ich, Karneval, da hauen wir jetzt richtig alles weg, so ungefähr. Also es wäre, das gucke ich mir vielleicht zwei, drei Spiele noch an, aber da muss die Leistung auch ganz anders sein, wenn wir dann verlieren, dann ist es vielleicht ärgerlich, dann, wenn die Leistung gestimmt hat, sagt auch keiner was, aber wenn die Leistung wieder so wäre, wie jetzt beim letzten Spiel und du siehst einfach gar keine Entwicklung, dass wieder mehr Lust auf dem Platz ist, dass die Spieler, dass auch an Sachen gearbeitet wird, wie wir sind uns einig, die Defensive war eine absolute Katastrophe und die Offensive lief auch nicht, weil jeder letzte Pass nicht ankam. Da kann man mal sagen, das ist mal Pech, das hat aber dann auch irgendwann, da kriege ich dann schon auch irgendwann einen Hals und das kann ich mir mal ein paar Spiele angucken, aber das kann ich mir keine fünf, sechs Spiele angucken und wenn das wirklich fünf, sechs Spiele jetzt so wäre, dann muss man auch zugestehen, dass die Leute dann wieder pfeifen oder fordern, dass auch was geändert wird, weil das will ich mir nicht bis zum Ende der Saison dann angucken, dass einfach eine Larifari-Stimmung da herrscht und das war eigentlich das, dieses Spiel jetzt, hätten wir das knapp verloren mit 1-0 und hätten eh wie viele Chancen gehabt und die Bälle sind nicht reingegangen, aber wir haben uns ja kaum richtige Torchancen erspielt, wir haben hinten, hatten wir Glück, dass es nicht 7-8-0 dann am Ende ausging, also das ist wirklich, das hat mich einfach genervt, deshalb finde ich, da muss man nochmal unterscheiden, klar, wenn die Spiele jetzt knapp verloren gehen und so weiter, da hast du immer Pech, dann ist es halt so, wenn wir gut gekämpft haben, Mundabputzen weiter, das habe ich aber am letzten Spieltag nicht gesehen und das gucke ich mir vielleicht jetzt noch ein, zweimal an, aber dann finde ich auch, muss eine Reaktion kommen, ansonsten muss man den Leuten doch auch zugestehen, dass sie da ihren Unmut auch äußern. Ja, grundsätzlich auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, machen wir mal das Kapitel mit dem Blick auf die, dem Zurückblick auf die Liga zu und gucken mal nach vorne, wir haben es ja jetzt schon mehrmals angesprochen, am Mittwoch steht uns der Pokal bevor, wir spielen gegen Mainz und ich habe mal nachgeguckt und war etwas erstaunt, es gab in der Tat erst ein Aufeinandertreffen mit Mainz im DFB-Pokal, wisst ihr in welchem Jahr das war? Nee, ehrlich gesagt kein Pal. 1986. Wow. Das war das einzige Aufeinandertreffen mit Mainz im DFB-Pokal, wir haben damals in Mainz gespielt und 0 zu 1 in der Verlängerung gewonnen. Alles andere waren immer nur Liga-Spiele, überraschenderweise. Okay. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, Mittwoch 18.30, wahrscheinlich nicht die beste Anstoßzeit, wenn man eine volle Hütte haben will, weil wie wir ja schon das letzte Mal festgestellt haben, nicht jeder, der Eintracht-Fan ist, wohnt auch automatisch irgendwie direkt neben dem Stadion. Von daher können wir uns schon mal zumindest darauf einstellen, dass es jetzt nicht ganz voll wird. Aber umso spannender und umso wichtiger ist natürlich das, was da auf dem Platz passieren wird. Und dann frage ich mich zuallererst natürlich mal, wie viel Spielzeit bekommt ein Marco Fabian und bekommt er vielleicht eine etwas stärkere Rolle, um da mal ein bisschen mehr Kreativität in dieses Spiel irgendwie reinzubringen. Was meint ihr denn? Das ist für mich eine gänzlich uninteressante Frage, wenn ich ehrlich bin. Also ich sehe... Ich finde die nicht so uninteressant. Also ich sehe im Grunde eigentlich hier nur das Gesamte und ich will... Also für mich, ich denke jetzt aktuell gar nicht mehr so an Augsburg, ich denke nur an Mainz. Und wenn ich Mainz im Kopf habe, dann muss ich sagen, die sind fucking Tabellen 16. und die spielen wirklich keine gute Runde und ich brauche hier ganz, ganz dringend diesen Sieg. Also das ist für mich so wichtig. Und dann kommen wir jetzt zu dem, was du gesagt hast. Natürlich in zweiter Reihe wäre Fabian jemand, der dem Spiel guttun könnte, wenn er jetzt schon hundertprozentig fit ist. Mir ist vollkommen egal, wer da aufgestellt wird. Hauptsache die zeigen, dass sie offensiv dementsprechend dominant genug sind, damit sie den Mainzern überhaupt keine Chance lassen. Also ich denke auch, Fabian wird nicht von Anfang an spielen, glaube ich. Das ist, denke ich, schon noch ein bisschen zu früh. Du hast ja auch normalerweise das Potenzial, dadurch, dass Jan Rebic wieder jetzt auch zurückrückt, hast du ja vorne noch ein bisschen eine Alternative. Du musst dir nur überlegen, im letzten Spiel, um einfach nochmal auf das Augsburg-Spiel aus der taktischen Perspektive zurückzublicken, war ein Fehler, dass Mascarell überfordert war, mit dem Ausbügeln nach hinten zu arbeiten etc. Der konnte sich überhaupt am Anfang nicht nach vorne entfalten. Das hat eigentlich dann erst geklappt, als Fernandes mit auf dem Platz stand, wo mal ein paar gute Situationen auch von Mascarell waren. Deshalb muss man da überlegen, ob es nicht taktisch Sinn macht, ein bisschen stabiler defensiv wieder zu stehen. Denn so wie ich das sehe, ich habe zwar heute gelesen, dass ein Abraham wieder individuell mit dem Ball trainiert, aber noch nicht im Mannschaftstraining ist. Also mit dem können wir am Mittwoch definitiv nicht rechnen. Da denke ich also, auch Mainz wird es hinbekommen, eher auf ein Palett wieder sozusagen den Fokus zu setzen. Und dann wird es wahrscheinlich auch hinten wieder einiges zum Ausarbeiten und Aushelfen geben. Also da denke ich, werden wir vielleicht ein bisschen defensiver aufstellen von Anfang an. Ist meine Meinung, aber müssen wir mal gucken, was da los ist. Ich sehe dieses Mainz-Spiel eigentlich gesondert zum Liga-Alltag. Ich würde mir da gar keine Ableitung erlauben, sowohl vor als auch nach dem Spiel nicht. Ich glaube, das ist ein Sonderspiel. Auch Mainz wird, glaube ich, nicht wie ein Tabellen-16-Dächer auftreten. Und die Eintracht wird aber auch nicht so auftreten wie eine Mannschaft, die gerade Rheinland in Augsburg verloren hat. Ich denke, das ist ein gesondertes Spiel, wo Mannschaften, die sich nicht so gut leiden können, aufeinandertreffen und beide die Chance haben, für sich was zu erreichen, was für die Größe ihres jeweiligen Vereins nicht normal ist. Ein Halbfinale im DFB-Pokal. Wir haben das natürlich noch aus aktueller Erinnerung, aber Mainz, für die wäre das, glaube ich, nochmal eine Spur härter, weil es bei denen noch länger her ist. Und das wird man, glaube ich, auf dem Platz spüren. Und deswegen erwarte ich ein Spiel, nachdem man keine Schlüsse ziehen kann, aber hoffentlich einfach sagen kann, die Eintracht hat es durchgekriegt. Und ja. Ich finde den Fakt, dass es bei uns halt noch gar nicht so lange her ist, halt sogar eigentlich einen ganz wichtigen, weil du natürlich damit auch nochmal eine ganz andere Aussage über den Verein projizierst, wenn du das eben in zwei Jahren hintereinander schaffst, eben so weit im Pokal zu kommen, was natürlich auch nochmal eine ganz andere Motivation auf dich als Spieler und auf die Mannschaft legt in dem Moment, weil du damit natürlich ja nicht nur sagen kannst, hey, wir stehen in der Liga, zu Recht auch da, wo wir sind, sondern hey, wir haben es auch geschafft, zweimal hintereinander im Pokal da hinzukommen. Also ihr müsst einfach in Zukunft mit uns rechnen. Das ist natürlich dann auch nochmal so ein ganzer Motivationsschub. Und ich glaube, da hat Basti durchaus recht, dass man das Spiel da ein Stück weit sehr gesondert werden sehen muss. Zum einen eben, weil eben diese beiden Mannschaften auseinandertreffen, zum anderen, weil es der Pokal ist und zum dritten, weil ich denke, dass genau das so ein Hebel ist, den Kovac da auch Vollgas nach vorne drücken wird, nämlich eben über diese Motivationsschiene da ganz viel reinzugehen. Von daher dürfte das auf jeden Fall ein, sagen wir es mal so, ein umkämpfteres Spiel werden. Ja, auf jeden Fall. Also es wird wieder eine enge Partie, aber Leiter darf sich auch so nicht verunsichert lassen, weil sie jetzt einmal 0-3 verloren hat, was schon eine starke Aussage war, jetzt im negativen Sinne. Aber gegen Mainz wird es auf jeden Fall eine ganz neue Partie und ich bin mir, ja, ich bin mir, wie soll ich sagen, überzeugt oder ich hoffe sehr, sehr, dass der Eintracht das dementsprechend hinbekommt, die Motivation hochzuhalten. Aber das ist, ich glaube, für jeden Spieler muss das was ganz Besonderes sein und da gehe ich auch fest von aus. Denn wir haben hier wieder eine richtig einmalige Chance und wenn wir gegen Mainz gewinnen, Alter, wie sieht das dann schon wieder geil aus? Und dann spricht halt auch keiner mehr über Augsburg und dann ist auch vieles andere, rückt uns in den Hintergrund und dann bist du im DFB-Pokal eine verdammt geile Runde weiter. Wir haben eine richtig gute Chance und wir haben eigentlich den optimalsten Gegner, den wir hätten erwischen können. Ja, das stimmt. Aber ja, es ist so, aber ich meine, Mainz halt ein typischer, wirklich ein relativer graue Mausverein interessiert keinen mehr so wirklich. Die spielen keinen richtig guten Fußball. Hier und da gibt es Probleme, interne Zerwürfnisse, Fans sind unzufrieden. Ja, Leute, das müssen wir nochmal ausnutzen. Ja, weil das ist halt auch so, auch mit so einer weiteren Runde können wir uns weiter von Mainz distanzieren. Also sei es im finanziellen Ranking, sei es dann auch perspektivisch, wo wir dann auch sagen können, ja gut, aber wir sind weitergekommen, weil es die Mainzer, wenn es auch darum geht, in der Akquise der neuer Spiele, was auch noch dauerhaft relevant sein wird. Also ich denke, da geht ziemlich viel, aber die müssen es halt auf den Platz bekommen. Und die Uhrzeit ist blöd, deswegen werden wir nicht vor einem vollen Stadion spielen, das nervt ein bisschen, aber das müssen wir halt schlucken. Ja. Ja. Ich habe gerade eben nochmal geguckt, Mainz hat in den letzten zehn Spielen in der Tat nur zweimal gewonnen. Ja. Das ist so auch nicht auf dem Schirm. Davon war einmal im Pokal gegen Stuttgart. Das wird auf jeden Fall, boah. Aber das hat, also meine Nervosität, jetzt hat mit dem Augsburg-Spiel auch gar nichts zu tun, die hätte ich auch freuen. Nee, ne? Ja. Weil die hat damit zu tun gehabt, dass du bei der Auslosung diese Freude hattest und dann hast du gesagt, oh je, oh je, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Vielleicht hat der Marvin sogar recht, dass man sagt, dieser Warnschuss kam zur richtigen Zeit, dass man eben nicht von einem Glückslos spricht und sondern jetzt mit der notwendigen Ernsthaftigkeit Mainz geht. Weil du hast ja auch unter den Fans gemerkt, das war natürlich das Los, was jeder haben wollte. Und das sind manchmal dann die, die um die Ohren fliegen. Von daher, wer weiß, wofür Augsburg gut war, vielleicht sorgt diese Niederlage dafür, dass wir uns alle wieder in Berlin wieder treffen und dann Marvin nicht unser Einbett teilt. Sehr gerne. Grüße. Das wäre für mich fast das Optimale, würde ich auf jeden Fall ja sagen. Und die Sache ist doch, Traditionen müssen bewahren werden. Ja, ich wäre du. Also von mir aus können wir das jetzt zu einer jährlichen Tradition machen, damit man dann auch nicht nur mehr ins Finale kommt, sondern irgendwann auch den Elfmeter, sag ich mal, verwandeln. Ich glaube auch, dass Kovac unfassbar unzufrieden mit dieser Partie in Augsburg war und dass der nochmal fuchsteufelswild agieren wird und das dementsprechend auch klar macht, Leute, so geht's nicht. So geht's nicht. Und so können wir nirgendwo bestehen. Dafür ist die Bundesliga viel zu eng und dann ist es scheißegal, ob DFB-Pokal oder Bundesliga. Und ich glaube, das wird denen nochmal, das wird denen, ja wie soll ich sagen, nochmal mehr Aggressivität in die Mannschaft reinbringen. Also ich meine, wenn du hörst, dass Kovac ja sagt, naja gut, Augsburg hat uns in Sachen Kampfgeist alles vorgemacht. Das ist eine schallende Ohrfeige. Und dann musst du halt auch überlegen, auf wen diese Ohrfeige dann trifft. Die trifft halt auf der anderen Seite unter anderem dann halt auch einen Kevin-Prinz-Boateng, der natürlich auch einen gewissen Standing und einen gewissen Ehrgeiz und ein gewisses Ego hat. Und das wird denen auch ganz ordentlich da packen. Und da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass der dann da auch nochmal mit ein bisschen Schub da auf die Mannschaft geht und sagt, Leute, das machen wir kein zweites Mal so. Da hast du auch andere Spieler, bei denen das so funktioniert, wie ein Rebic, der jetzt dann halt auch zurückkommt und sagt, so Jungs, und jetzt machen wir mal richtig. Ja, vielleicht, ja, ich würde mir wünschen, ich habe es mir eigentlich von Jovic gewünscht, dass er so ein bisschen Druck auf den Kessel macht, aber er ist für mich so ein kleiner Verlierer aus diesem Spiel gewesen. Ich kann ihn mir nicht dauerhaft in der Startelf auch vorstellen. Ich weiß nicht, warum, da waren eine oder andere Stellung, wo war das? In Hamburg hat er, glaube ich, auch so viele Chancen vergeben. Ich sehe ihn, ich würde ihn, ich bin sehr, sehr froh, dass er da ist, falls Alerme ausfallen würde oder gesperrt oder verletzt oder irgendwas. Da würde ich ihn sehen, aber so diese, auf lange Sicht sehe ich die Doppelspitze, Alerio, in Kombination funktioniert das ja anscheinend nicht, das stimmt. Ich finde es interessant, dass du, ja, ich finde es interessant, dass ihr das so seht. Ich sehe nämlich Jovic gar nicht so negativ. Ich finde, er hat gar kein schlechtes Spiel gemacht. Ich finde aber schon, und das habt ihr vollkommen recht, dass die Kombination mit Alerio einfach nicht wirklich funktioniert. Also das Zusammenspiel zwischen denen, dann hat Boateng auch ein relativ schwaches Spiel gemacht, Gacinovic war auch eigentlich nicht so wirklich präsent und dann sah Jovic für mich gar nicht so dramatisch aus, aber er hat halt nicht gezündet. Weiß nicht, ne, weiß nicht, aber es kann schon sein, er ist halt das schwächste Glied in dieser Kette von Spielern, die sich davor halt schon eher einen Namen gemacht haben, wie Gacinovic, wie Boateng, der eigentlich gesetzt ist und wie Alerio, der schon relativ viele Saisontore geschossen hat, dann rotiert er natürlich wieder raus und gerade, wenn du halt jemanden hast wie Rebic, der mit Sicherheit auch mit den Hufen scharren wird. Ja, das ist in der Tat richtig. Ich bin aber trotzdem, also ich hatte es für mich ja schon angesprochen, ich bin der Meinung, dass Alerio in dem Spiel eigentlich der größere Verlierer war als Jovic, wenn man nur auf den Sturm guckt, aber ist jetzt von auszugehen, dass er jetzt gegen Mainz so oder so da rausrotiert, eben weil in Rebic zurückkommt und wir ja in diesem... Man könnte auch mal Alerio draußen lassen, das will ich gar nicht damit sagen, ich meinte gar nicht, das war nichts Persönliches gegen Jovic, mir ging es darum, zu sagen, der Spielertyp ist mir zu ähnlich, der ist zwar kleiner, natürlich, die sehen auch komplett unterschiedlich aus, auch von der Statur her, nur... Das ist gut, dass du das erkannt hast. Ja, nein, man könnte ja meinen, dass Jovic eigentlich ähnlicher wäre, also ich habe viele gehört, die gesagt haben, Jovic und Rebic wären ähnliche Spielertypen, das sehe ich überhaupt nicht so, komplett nicht, ich finde Jovic ähnelt Alerio. Ja, natürlich, die sind zu groß, aber die Spielweise und die Stärken, die sie haben, die sind für mich ziemlich ähnlich, das sind für mich beides Strafraumstürmer, weil Alerio noch diese Kür hat, zu sagen, habt ihr den am Anfang, also jetzt mal nicht nur was Schlechtes, sondern habt ihr bitte gesehen, wie Alerio diesen einen Ball angenommen hat? Ja, ach du lieber Himmel, also da brechen sich andere die Füße, das ist für mich den Bonus, den er gegenüber Jovic hat, deswegen würde ich ihn immer stellen, aber wer weiß, vielleicht tut ihm, ja, entweder gegen Mainz oder gegen Köln auch mal eine Pause ganz gut, weil es jetzt auch Schlag auf Schlag geht, danach haben wir Leipzig zu Hause und wenn es so ist, ist für mich Jovic der allererste, der vorne drin ist, aber dann haben wir halt einen Sturm, ja, vielleicht links Rebic, in der Mitte Jovic, rechts Gacinovic, so, also das wäre dann vielleicht mal eine andere Variante, müsste man schauen, ich bin froh, dass die Eintracht so flexibel ist, was ich nur anmerken wollte, mir gefällt die Variante Jovic und Alerio gefällt mir nicht. Ja, in der Aussage stimme ich in der Tat zu. Was wäre denn so eure, eure Aufstellung, mit der ihr da in das Mainz-Spiel gehen wollen würdet? Ich glaube, Abwehr, werden wir jetzt keine große Änderung erleben. Große Auswahl, ja. Vielleicht könnte man mal wieder Schändler auf rechts stellen in der Abwehr statt da über links im Endeffekt mal Willems wieder reinrotieren lassen, weil im Endeffekt, du merkst diese, diese Halbflanken vom, sag ich jetzt mal, diese, aus dem Halbfeld, das ist auch nichts Halbes, nichts Ganzes und als Rechtsfüßler auf links ist es halt immer schwierig. Das ist schwierig, wobei man ja schon sagen muss, dass in den Spielen davor, wo die beiden halt auch einfach vernünftig eingesetzt wurden und auch vernünftige Pässe bekommen haben, hinten aus der Abwehr oder aus dem Mittelfeld, dann hat das ja durchaus funktioniert. Das Problem war ja jetzt in der Tat nicht, dass die da nicht irgendwie unterwegs waren, sondern dass sie halt einfach keine Bälle zum Verarbeiten hatten. Ja. Wir dürfen, wir müssen auch aufpassen, dass wir, der Marvin hat es ja schon richtig gesagt, man darf jetzt aus einem Spiel auch nicht zu viel ableiten. Man darf ja jetzt nicht, weil es einmal nicht geklappt hat, stimmt. Es ist gut, dass wir keine Trainer sind. Ich glaube, wenn ich Trainer wäre, ich wäre der schlechteste Trainer aller Zeiten, weil ich wahrscheinlich jede Woche eine andere Ausstellung. Ich würde das im Spiel wahrscheinlich zehnmal umstellen, wenn ich mir auf den Sack gehen würde. Ja, geh wieder nach links, dann kannst du ja auch nicht, geh wieder nach rechts. Dann würden alle durchdrehen. Deswegen ist es gut. So stelle ich mir ein bisschen Basler vor. Genau. Ja, mach doch was ihr wollt, ich gehe jetzt einer auch. Basler sitzt aber nebenbei in der Eistonne, hat irgendwie Kasten Bier nebendran stehen und die Kippe im Mund. Ja, ich denke trotzdem, Kovac wird das nicht, aktionistisch. Er wird das wahrscheinlich schon geplant haben. Nicht aus Aktionismus, sondern von langer Hand geplant. Ich denke, er wird trotzdem rotieren. Wir werden, ich denke, Fernandes wird vielleicht mal reinkommen und ich rechne eigentlich damit, dass wir jemanden wie Barkok vielleicht von Anfang an sehen im Pokal und Stendera. Ich rechne damit, dass Kovac auch so ein bisschen den Spielern, die ihm nicht gefallen haben, zeigt, hier, du brauchst ja nicht denken, weil das jetzt hier mal zum Beispiel gut gelaufen ist. Aber warum war denn Stendera gar nicht im Kader beim letzten Spiel? Ist der nicht verletzt? Ich glaube nicht. Der war nämlich gar nicht im Kader. Ja, aber das ist, glaube ich, aber auch dem geschuldet, auch kurze Randbemerkung zu dem Spiel, die Bank, wir hatten da schon echt eine starke Bank in Augsburg, wenn man da mal drauf geschaut hat. Das hatten wir auch nicht immer und ich glaube, da kann so jemand wie Stendera immer mal runterrutschen. Aber bei Kovac ist es ja Gott sei Dank so, dass es nicht wie bei Fee ist, dass du da nie mehr reinkommst, sondern du kannst dann auch eine Woche später oder im Pokal, vielleicht hat er sich genau das gedacht, er hat gesagt, den nehme ich gar nicht erst mit, den plan ich fest für Mainz ein. Wer weiß das schon. Ich rechne fest damit, dass es die ein oder andere Veränderung gibt, wo man guckt, vielleicht auch Spielsystem, spieltaktisch gesehen und ja, aber alles egal, die Eintracht muss das Ding gewinnen. Wen würdest du denn rausnehmen für die drei Spieler, die du jetzt genannt hast, die eventuell in einer Startelf stehen können, wollen würden? Also bei Stendera kann ich mir vorstellen, dass er für Mascarell reinkommt, weil wenn du so fresh reinkommst, dann fällst du glaube ich immer noch mal wieder in so ein Loch. Also ich war eh überrascht, wie schnell der wieder präsent war. Ich weiß nicht, ob es für ihn gut ist, drei Spiele in einer Woche zu machen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er rausrückt. Dann, ja, Ribic kommt natürlich wieder zurück. Wen hat sich jetzt noch angesprochen? Du hattest Barkok und Räder, glaube ich. Genau. Ja, Barkok kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht für Gacinowitsch reinkommt. Und ja, ansonsten würde ich aber, wenn ich Trainer wäre, Gott sei Dank nicht, aber ich würde gar nicht, also ich würde nicht fünf wechseln, ich würde vielleicht so drei Positionen wechseln, dass trotzdem so diese Grundordnung bestehen bleibt, weil ich es gibt, die ist momentan sowieso nicht so stabil, auch aufgrund der Ausfälle, die wir schon angesprochen haben. Diese Grundordnung, wie du im Spiel dann 200 Mal umstellst und für totale Verwirrung ist das, das ist ein Meister. und das ist einfach bei der aktuellen Ausstellung durch das Fehlen von Abraham, meiner Meinung nach zumindest so, denke ich, Mascarell ist da eigentlich ein wichtiger Spieler, der sowohl hinten als auch nach vorne was machen kann. Fernandes dann als Nebenmann, weiß ich nicht, dann müsstest du, also würdest du Fernandes und dann dort nebendran Stendera stellen? Ich würde vielleicht, also Fernandes würde eher nach dem Offensiv? Ja, im Endeffekt würden bei mir, aber das ist wahrscheinlich dann zu radikal, Fernandes und Stendera würden wahrscheinlich Mascarell und Boatenga setzen. Okay. Und Barco Gacinic, aber das wäre, da würdest du der Statik im Spiel, glaube ich, auch keinem gefallen sind. Vielleicht war das ein bisschen zu übertrieben von mir. Aber ich hatte das Gefühl, dass der Prinz auch so ein bisschen, der war so ein bisschen dröser, ein bisschen matt und da ist er dann auch ausgewechselt worden. Das kommt halt drauf an, was Kovac denkt. Es kann auch sein, dass Kovac mit der kompletten gleichen Aufstellung spielt und wir die Rotation erst gegen Köln sehen. Das weiß ich nicht. Vielleicht er sieht, vielleicht sieht er auch das Pokal-Halbfinale als genau dieses Go-To-Guy-Spiel an, wo er sagt, ey, Leute, ihr könnt es jetzt wieder gut machen. Ich spiele mit der genau derselben Aufstellung. Ich will mit meiner Bestbesetzung hier spielen und dann gegen Köln wird ein bisschen rotiert oder, oder. Keine Ahnung. Oder, oder. Ich bin gespannt. Oder gegen Leipzig erst. Wer weiß das schon. Das sind Profis, die werden das schon schaffen. Ich kann mir irgendwie, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass eine Alternative, eine Rollenspiel, die irgendwann schon mal angedacht war und zwar das Valette rausrotiert, ist, dass Chandler dafür in die Innenverteidigung rückt. Salcedo vielleicht in die Mitte, Chandler nach links und die Position von Chandler, von Jethro Williams wieder übernommen wird. Weil auch Williams muss ja mal wieder eine Chance bekommen. und ich kann mir vorstellen, dass es zumindest, also es ist nur eine reine Idee, also für mich hat der Valette beim Augsflugspiel einen extrem schlechten Eindruck gemacht. Also es war, das war schon, also negatives, es war schon ein negatives Ausrufezeichen. Das muss ich schon sagen. Es war bedenklich. Das war eigentlich im Grunde leider genau das, was wir eigentlich schon, nicht nur wir, aber auch andere, schon öfter einfach erwähnt haben, dass diese Stabilität eines Valette, denklogischerweise, einfach nicht so da ist. und das könnte uns wirklich zu einem Nachteil noch werden, deswegen, naja, haben wir ja schon, ich will jetzt nicht wieder damit anfangen, dass wir 10.000 Mal Innenverteidiger gefordert haben, aber es ist halt, es ist wie es ist. Und vielleicht wäre das eine Option, dementsprechend da mal eine Änderung vorzunehmen. Ansonsten würde ich gar nicht so viel machen. Dann Jowic raus, ganz klar, wir bitte schreien. Wir müssen halt auch sehen, dass wir mit der bestmöglichen Aufstellung ansonsten spielen. Wenn die fit sind, wenn Kovac sieht, dass die alle so gehen können, dann müssen wir mit der bestmöglichen Aufstellung spielen. und dann haben wir noch jemand wie Fabian, den du dann irgendwann nochmal reinbringst in der 70. Minute, wenn es 0-0 steht, dass der auch nochmal für eine positive Veränderung sorgen kann. Passt. Passt. Was tippt da denn, Herr Marvin, Sie stehen hier am Anfang der grandiosen Liste. Das wird ein brutal enges Spiel irgendwie, bin ich sehr, sehr, das wird keine klare Sache, ich schätze mal, das wird irgendwie mit, also mir so eine 85. Minute 1-0 für die Eintracht. Dennis. Ich tippe, wir gewinnen 2-0. Ne, halt 2-1, 2-1, wir fangen ein, 2-1, ja. Basti, du bleibst bei dem, was du hier eingetragen hast. 2-1 nach Verlängerung, ja. Basti sagt 2-1 nach Verlängerung, ich sage 3-2 reguläre Spielzeit. Für jeden war es dabei, kommt doch die Eintracht, komm weiter, der Rest ist du. Das ist das Einzige, was an dieser Stelle in der Tat ist. Das ist so und ich verspreche auch, dass ich, ich werde auch in keiner einzigen Silbe in irgendeiner Sendung auch nur irgendeine Worte über die spielerische Leistung an dem Tag verlieren. Ne, das ist mir auch scheißegal. Das ist mir egal, wie die Eintracht das macht, das ist für mich was anderes. Dann kommen wir zu dem nächsten nicht ganz egal Spiel, was ja dann schon am Wochenende drauf, sprich am Samstag stattfindet. Wir spielen nochmal zu Hause, und zwar diesmal gegen den 1. FC Köln. Am Karnevalssamstag, die ja jetzt am Wochenende Dortmund so ein bisschen geärgert haben, immerhin haben sie ja zwei Tore gegen Dortmund geschossen, sind am Ende dann aber doch irgendwie nicht mit dem Punkt belohnt worden, aber was ich zumindest so vor dem Spiel teilweise gesehen habe, war das ja jetzt nicht so schlecht. Nein, also Köln ist nicht mehr die Mannschaft der Hinrunde. Also ich sehe hier schon eine deutliche Differenz, muss ich sagen. Die spielen einen ordentlichen Ball und gegen Dortmund, das waren brutal geile Spiele. Ich habe mich am Freitag hingesetzt, meinem großen Puppets, habe mich da auf meine Couch gesetzt und habe Cola Light trinken mir dieses Spiel gegönnt, haben wir da weniger, ja, richtig eskaliert und es war ein supergeiles Fußballspiel, es hat mega viel Spaß gemacht und du hast zwei Partien, äh, zwei Mannschaften gesehen, die spielen wollten und bevor ich gedacht habe, ja, das sieht gut aus und das sieht auch aus Kölner Seite gut aus. Die Frage ist halt, wie lang kann Köln hier den Kopf nach oben halten und eigentlich gegen das fast Unabwendbare und zwar den Abstieg kämpfen. Natürlich sind es nur sieben Punkte, aber sieben Punkte sind halt, je enger es wird halt auch, das ist nicht gut, das ist nicht schön für die, ja, aber jetzt ist noch alles möglich, es wird eine so brutal enge Partie und es wird eigentlich ein noch schwierigeres Spiel als gegen Augsburg, denke ich mal. Ja, das stimmt schon, das ist natürlich so von der Motivationsgeschichte, du strampelst und strampelst und strampelst und siehst zwar irgendwie so dieses, dieses rettende Land, aber du kommst halt einfach nicht hin, das trägt natürlich. Die Erfolge fehlen ja jetzt halt dummerweise auch, natürlich kannst du aus rein rationalen Gründen können sie nicht sagen, ja, gegen Dortmund müssen sie gewinnen müssen. Ja, aber dann war das alles möglich, ja, und dann sah das über Zeit, große Zeit sah das super aus, wenn du überlegst, dann, dass das 2-3, beziehungsweise das 3-2 von Schürrle, dieses komische Ding, der halt in der 84. Minute gefallen ist, ja, gut, ist halt auch wieder so ein Nackenschlag und dann davor gewinnt. Ausgerechnet ein Schürrle. Ja, natürlich, aber, ja, natürlich, wenn du überlegst, Alter, kann der überhaupt Fußball spielen, der hat eigentlich schon alles verloren und habst du gedacht, okay, der irgendwie, was weiß ich, den stellst du normalerweise bald bei der Dönerbude vom Lukas Podolski ein oder so, ja, aber dann, ja, und auch davor darfst du ja nicht vernachlässigen, dann machen die Kölner ein gutes Spiel eigentlich gegen Augsburg, ja, geiles Tor, direkter Freistoß von Jujic und dann in 77. Minute fangen sie auch noch einen Gegentreffer. Das heißt, du arbeitest eigentlich konsequent in einem relativ hohen Niveau, was du am Anfang der Saison gar nicht von Köln gesehen hast, aber du belohnst dich halt jetzt, in den letzten zwei Spielen hast du dich halt nicht belohnt, ne, gut, davor hast du den direkten Konkurrenten HSV weggemacht, das ist gut, aber trotzdem, die letzten beiden Spiele sind so ein bisschen ein kleiner Downer gewesen, die Frage stellt sich halt jetzt, ob wir diese, dieser Belastung jetzt auch standhalten können, dass wir sagen, wir wissen ganz genau, gegen Köln kommen mächtig was auf uns zu und spätestens da gebe ich Basti recht, da wird es Zeit für eine personelle Veränderung alleine, um dir nicht so leicht in die Karten schauen zu lassen. Ja. Ja, das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, da wird es viel dann über das nochmal gehen, wie du dich auf den Gegner da anpasst oder was du dem Gegner halt eben präsentierst, mit was er da vielleicht an dieser Stelle nicht rechnet. Ja, weil du eine klare Rollenverteilung hast, ne, jeder, der da hinfährt, zu dem Spiel sagt ja, naja, die Eintracht, Tabellen, ja, ja, Tabellen circa Sechster oder so, je nachdem wie das dann laufen wird, beziehungsweise, na gut, davor ist ja klar, aber, aber ist ja die Eintracht super in der Tabelle und Köln hat ja fast abgestiegene Achtzehnter. So, und dann ist ja der Druck natürlich ein ganz anderer, ne, wenn die Eintracht als Tabellensechster gegen so einen unangenehmen Gegner agieren muss, ja, ich weiß nicht, ob wir so in der Lage sind, megageiles Spiel selber zu machen. Das wird auch ein enges Ziepen und schwierig, schwierig. Ich bin mir nicht sicher, wie die Eintracht das machen will, lösen will, aber dafür ist ja zum Glück Kovac an der Seitenlinie und ich hoffe, er findet eine Lösung. Ja. Ja, ein ganz wichtiger Faktor. Basti, was sagst du? Boah, ich, ja, ich habe mich damit eigentlich noch gar nicht beschäftigt. Es ist ein ekliges Spiel. Ich hoffe nicht, dass dieser Spirit, den die Eintracht in Augsburg gezeigt hat, uns um die Ohren fliegt, weil ich glaube, Köln ist nämlich genau das, was wir da im Minusbereich hatten, haben die jetzt im Plusbereich. Also die werden, die müssen, nicht die werden, die müssen ja hier alles geben und dementsprechend schwierig wird das, glaube ich. Ja, die haben, das ist halt, die Kölner sind halt Woche für Woche eigentlich ein absolutes suizidales Kommando, ja, also ich meine, die sind besonders gefährlich. Ja, genau. Das ist wie so ein Boxer, der denkt, okay, wenn ich jetzt den Titel nicht hole, muss ich meine Kehre beenden und der haut dir dann ständig, versucht er dich tot zu schlagen. Und das Ding ist, die machen es ja den immer noch einfach, die Gegner, weil wenn du dann siehst, dass der HSV dann so mit einem Punkt ja zu Hause herumdilettiert, die kommen auch nicht wirklich vom Fleck und dann bieten die Mainzer sich Woche für Woche dafür an, vom Sensenmann abgeholt zu werden in die zweite Liga, ja, also mit einer mäßigen Partie nach der anderen, ja, dann, und auch die Bremer, na ja, okay, jetzt sind wir wieder ganz gut, muss man sagen, jetzt haben sie sich revitalisiert, hier gegen Schalke, auf Schalke drei Punkte geholt, das ist natürlich schon ein ganz klares Ausrufezeichen. Ja, aber auch Stuttgart kommt jetzt noch nicht hundertprozentig wieder aus dem Quark, also es ist, es ist einfach sehr, sehr eng und du merkst dann plötzlich als Kölner, na ja, es ist ja immer noch was möglich und eine Woche später, ach Gott, guck mal her, die Konkurrenz, na ja, so gut haben die jetzt auch nicht gespielt, da ist ja immer noch was möglich und so, also je weiter sich das trägt, desto mehr bleibt die Flamme der Hoffnung bei den Kölnern natürlich auch bestehen und das macht die ungemein gefährlich. Ja, ja, das stimmt. Ich glaube, um über Aufstellung, ist es noch ein bisschen zu früh, es geht noch eine ganze Woche ins Land und da ist es auch ein bisschen abhängig davon, was da im Pokal noch passiert, also würde ich den Teil jetzt einfach da mal ausklammern wollen, vielleicht können wir da Richtung Ende der Woche nochmal über einen unserer Kanäle in irgendeiner Form was dazu sagen, soll ja möglich sein. Aber tippen würde ich euch gerne schon, einen Tipp würde ich euch zumindest gerne schon mal irgendwie abzwingen und der Herr Marvin steht wieder, aus welchem Grund auch immer, als Erster hier in der Liste. Ja, also, sehr, sehr schwierig natürlich auch hier und ich glaube auch hier wird es eine enorm enge Partie und boah, das ist ja auch als alles hier nur in die Glaskugel schauen. Ich schätze mal so, ja, 3-1 für die Eintracht. Ui. Das klang gerade eben mit deinem, die sind gefährlich und da müssen wir aufpassen, klangt nach allem, aber nicht nach 3-1. Naja, das hängt dann damit zusammen, dass die Eintracht 1-0 führt, dann gibt es den Ausgleich, dann machen wir aber 2-1 eigentlich vielleicht auch nur durch den Elfmeter oder so und dann muss aber, dann muss natürlich Köln wieder aufmachen. und im Konter so 85. oder 87. Minute bekommen wir dann den Ball und können dann im Endeffekt dann das entscheidende 3-1-1 schieben und dann glücklich nach Hause gehen. Also es war trotzdem eine enge Partie halt die ganze Zeit, weil die Kölner nicht aufgesteckt haben und wir aber halt durch den Konter dann endlich mal. Wenn das genau so passiert, Marvin, dann wird das eine oder andere Kaltgetränk auf mich gehen. Da lege ich mit dazu, ja. Ja, Wahnsinn. Respekt. Herr Dennis, was legen Sie denn ergebnistechnisch hier so dazu? Also ich muss sagen, Marvins Szenario klingt sehr gut, aber ich glaube nicht, dass so viele Tore fallen werden, weil die Mannschaften ja jetzt nicht unbedingt fürs Tore schießen bekannt sind. Ich denke, das wird eine ganz knappe Kiste. Ich hoffe, dass wir es mit 1-0 gewinnen. Also 1-0. Herr Basti. Ich sage das Gegenteil vom Dennis, ich glaube, die hat Trafalit 1-Tunnel. Okay. Ich mache so ein Mischding aus euch beiden und sage, das wird so ein 1-1. Köln geht früh in Führung und wir schießen in der 88. den Ausgleich und dann sind wir einfach alle ganz glücklich und eben noch einen Punkt mit. Soweit du glücklich bin, das weiß ich nicht. Immerhin mehr als das, was du getippt hast. Das besprechen wir dann. Das können wir sehr gerne tun, lieber Basti. Sehr gerne. Dann lasst uns doch noch mal auf die Kategorie Aktuelles gucken. Da hat sich ja jetzt nicht so viel getan und genau das ist der Punkt, den man natürlich jetzt noch mal bemängeln muss. Es gab ja diesen ominösen Deadline-Day. Basti ist ja den ganzen Tag wieder in seinem gelben Strampelanzug da rumgehüpft und hat Sky geschaut. Aber es tat sich irgendwie nichts mehr. Wir haben kurz vorher den Herrn Besuschkopf noch mal an Holstein Kiel ausgeliehen bis zum Ende der Saison, aber verpflichtet und haben wir jetzt keinen mehr. Also von daher ist unser langes Reden für einen weiteren Innenverteidiger leider so ein bisschen untergegangen. Ja, ist so richtig. Stimmt, leider. Haken dran. Haken dran, genau. Nein, das ist, ich komme nichts mehr zu sagen. Wir haben eine ganze Zeit die Hoffnung gehabt, dass sich da was tut. Ist nicht passiert. Müssen wir jetzt mit arbeiten. Augsburg hat mir gesehen, was es gebracht hat, ja. Ja, natürlich. Ja, sowas lässt sich halt dann wieder extrem leicht daran heranziehen und ich bin extrem frustriert, dass das nicht passiert ist. Ja, das ist ganz klar. Aber wir wissen halt auch nicht und das ist halt der Punkt. Wir wissen halt auch nicht, in welchen Sphären, auch finanziellen Sphären, eine potenzielle Neuverpflichtung dementsprechend sich bewegt hätte. Ja, vielleicht war das, wissen wir auch nicht, ob die denn wirklich daran gearbeitet haben. Keine Ahnung. Da wurde ja auch noch nichts zu gesagt. Ja. Na gut, du weißt auch nicht, was da jetzt so auf dem, auf dem Markt überhaupt angeboten war. Oder was du halt hättest einfach, wie du schon sagst, einfach für so viel teures Geld irgendwie freikaufen müssen, dass es auf der einen Seite keinen Sinn macht, diesen Betrag zu investieren, weil du halt einfach in der Winterpause bist und auf der anderen Seite auch keinen Sinn macht, dich mit Spielern zu verstärken, die am Ende zwar auf deiner Payroll stehen, aber dir halt unterm Strich auch nichts bringen. Das hatten wir halt in der Vergangenheit auch zu oft. Ja, es ist halt schwierig, weil natürlich, ja, wenn wir sagen, ja, zu teuer und, also zu teuer, da stellt sich halt trotzdem die Frage, inwiefern, was eigentlich zu teuer sein kann, wenn es darum geht, vielleicht durch die Champions League zu erreichen. Was willst du erreichen, genau. Das ist es aber, das ist wieder dieser Murmeltier-Effekt. Wir hatten das schon mal, wir hatten das mehrfach. Wir haben damals den Abstieg in Kauf genommen, weil wir gedacht haben, wir können die ersten Spiele mit Ricardo Clark in der Abwehr spielen. Sorry. Das ist im Nachhinein einer der größten Skandale. Das ist einer der größten, mit Ricardo Clark, diesem schmächtigen Sechser aus Amerika, in der Innenverteidigung zu spielen. Und so, weil man immer denkt, ja, meine Güte, wegen 500.000 Euro, weil Karim Agi 500.000 Euro zu teuer war, ist die Eintracht abgestiegen. Also, sorry, da muss ich aber noch paar Nächte im Öfchen auf den Boden einschlafen, bis ich das verstehen will. Ja, das ist natürlich jetzt ein anderes Leben und natürlich garantiert keiner, dass, wenn wir jetzt einen Innenverteidiger geholt hätten, dass das funktioniert hätte. Nein. Zumindest hätte man aber die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit wäre trotzdem, glaube ich, ein bisschen größer gewesen. Kleines bisschen. Ja, das ist richtig. Ja, und im Zuge ist ja auch auf der anderen Seite jetzt nicht ganz so viel passiert. Du hast eben schon Besuchskopf angesprochen. Da bin ich mal gespannt, ob der Einsatzzeit bei Holstein Kiel bekommt, die ja sich eigentlich ziemlich gut in der zweiten Liga etabliert haben, also moderat zu formulieren. Ich finde eigentlich, dass das Mittelfeld dort sehr eng besetzt ist. Ich hatte mich ja auch bei Twitter noch mit einem aus einem Holstein-Fan ausgetauscht. Also, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass er da Einsatzzeiten bekommt. Ich finde es aber für die zweite Liga mega geil, dass du jemanden hast aus deinem Team, der dann in die zweite Liga geht, weil das ist natürlich extrem konkurrenzfördernd. Ja, das ist richtig. Ja, das ist leider alles, was jetzt so transfertechnisch und auch an aktuellem zu verzeichnen war, was ja jetzt auch nicht unbedingt immer schlecht sein muss. Genau. Genau. Aber ist ja irgendwie auch lustig. Ich will jetzt keinen stündigen Monolog halten, aber ich finde es insofern auch ganz lustig, weil, wer spielt auch bei den Holsteinern? Der gute David Kinsombi, wer ihn noch kennt. Ach. Auch Innenverteidiger. Mittlerweile, ja, wie gesagt, er war ja ursprünglich Innenverteidiger, hat auch heute mal defensives Mittelfeld gespielt und ist jetzt ziemlich gut dabei. Ich glaube, jetzt aktuell, also keine Ahnung, ich gucke jetzt natürlich nicht so viele Holstein-Killer in der Einzelspieloption, aber ich glaube, die Spiele, die er gemacht hat, hat er zuletzt meistens im defensiven Mittelfeld gemacht, also ein bisschen nach vorne gerückt und spielt sogar auch ganz gut. Ich glaube, was weiß ich, 18, 19 Spiele wird er schon gemacht haben, allein in der Liga und das ist ja eine schöne Sache und auch hier zeigt sich wieder, ja, und auch hier zeigt sich wieder, dass die Eintracht keinen so schlechten Riecher mal gehabt hat. Ja, der hat sich zwar jetzt nicht so lange durchgesetzt bei der Eintracht, aber auch da, guck mal, der ist jetzt 22 Jahre, hat mal ein paar Jahre bei der Eintracht gespielt und ist jetzt im Profifußball angekommen. Nur mal so, auch ganz schön. Der Herr Gerecki spielt da ja auch, der war ja auch für ein paar Monate bei uns verpflichtet. Ja gut, Gerecki ist ja nicht nur, der ist ja nicht nur ein paar Monate bei der Eintracht gewesen, der kommt ja sogar aus der eigenen Jugend und da hast du Informationen, der ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen, also ich glaube, der hat es ein bisschen schwieriger, der gute, ne? Ja, exakt null Spiele. Ja, das ist ein bisschen blöd. Ja, hat er, glaube ich, mit einer Verletzung zu kämpfen gehabt. Meiner auch irgendwie sowas gelesen zu haben, ja. Ja, für den Soweit wird es echt bitter, ich weiß, da bin ich mir nicht sicher, ob der irgendwann mal den Sprung schafft in den Profibereich dauerhaft spielt hat, jetzt habe ich mal nachgeguckt, auch nur in der Schleswig-Holstein-Liga, das ist ärgerlich. Also der hat mal gute Ansätze gehabt, aber naja. Übrigens, wenn wir jetzt schon bei Transfergebabbel sind, der gute Zambrano ist ja auch mal wieder gewechselt, ne? Ich bin nicht das richtig. Was ist er denn jetzt? Der war doch zuletzt, war er doch bei den Russen, oder? War der danach nochmal woanders? Ja, nee, nee, der war da, du bist ja total outdated. Ja, der gute, der gute Herr war, glaube ich, zwischenzeitlich in Griechenland unterwegs. Stimmt. Ja, genau, und hat jetzt eigentlich den Weg angedreht zu Dynamo Kiew. Ja, stimmt. Gerade ganz aktuell. Also, der kommt jetzt auf seine alten Tage, denkt mal an alte Tage, ratet mal, wie alt er ist. Ich sage jetzt nichts, weil ich habe es jetzt hier gerade offen. 31, Basti, was sagst du? Zambrano? Mhm. 32. 28. Was? 28. Warum hat die Eintracht den nicht geholt? Ja, ich bin, ich bin total überrascht gerade, weil ich den schon als alten Haubege erinnere. der war doch bei St. Pauli und der war doch bei Schalke. Schalke. Dann ist er zu St. Pauli. Ja, der Junge ist 89 geboren, gebt euch das mal. Wahnsinn. Ja, ist echt krass. Mich würden die nicht mal mehr in China nehmen. Nee, wahrscheinlich. Aber du könntest irgendwie nach Neuseeland, da die Liga irgendwie. Typern, ich werde den neuer Rainer Aufmann. Ja, geil, es wäre so lustig. Insofern, da würdest du auch sofort eingebürgert werden, wenn du das Nationalmannschaft spielen. Naja, aber gut, sorry, das war jetzt noch mal ganz kurz. Ich meine, Zambrano hat uns ja auch über einige Jahre begleitet als, ja, mehr oder weniger doch stabiler Innenverteidiger. Oh ja. Schade eigentlich. Also, na gut, aber vielleicht geht es ihm in Kiew ganz gut. Finanziell wahrscheinlich schon. Ich wollte gerade sagen, also zumindest für das Bankkonto wird es sich an der einen oder anderen Stelle gelohnt haben, würde ich jetzt mal behaupten. Na gut. Gut, dann kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. Wir kommen, wie man unschwer hören konnte zum Dummschwerter der Woche und wir müssen natürlich jetzt erstmal auflösen, wer letzte Woche gewonnen hat. Wir sind da ja so ein bisschen, wir hatten viel Feedback von euch bekommen in den Kommentaren und auch sonst wo zu doch dem recht umfangreichen uns beschäftigen mit dieser Partei und allem da drum herum. Deswegen werden wir das diese Woche ein bisschen kürzer fassen, aber genannt werden müssen die Gewinner dann doch und wir haben zwei Gewinner. Es hat sich punktemäßig ziemlich aufgeteilt und zwar belegen Platz 1 mit jeweils 28,6% einmal der Herr Gräber und der Herr Hoeneß. Na, also das hat doch was zusammengefunden. Eine teuflische Mischung, würde ich meinen. Ich wollte jetzt nicht sagen, aber ja, die können auf jeden Fall beide mit komischen Aussagen um sich werfen, das haben wir ja gesehen. Genau. Bevor wir jetzt zu den Nominierten kommen, ich hatte ja gerade eben gesagt, wir haben da viel Feedback von euch bekommen und das war sehr unterschiedlich, aber trotzdem möchte ich an dieser Stelle auf jeden Fall sagen, danke für das Feedback, weil das hilft uns natürlich auch, das hier weiterzuentwickeln und Feedback kann eigentlich nie schlecht sein, sondern es hilft uns immer nochmal über Dinge nachzudenken, von daher, auch wenn ihr heute wieder sagt in dieser Kategorie, da ist das eine oder andere, was ich jetzt nicht so mitgehe, dann schreibt es uns und dann können wir darauf reagieren. Finde ich auf jeden Fall klasse und da hake ich jetzt auch noch ein, wir hatten ja wirklich auch ein bisschen Action bei uns auf dem Blog, da ging es ja dann also auf der Webseite, da ging es ja dann auch ein bisschen, ja, unterschiedliche Meinungen, fand ich toll, also ich meine, ja, ihr müsst ja nicht mit allem d'accord gehen, was wir so machen, was wir so denken und so und deswegen super für euer Feedback, das, dafür ist halt diese Plattform auch da, deswegen haben wir die Kommentarfunktion und so weiter und so fort und dann gab es auch ein paar Leute, die bei Facebook geschrieben haben oder bei Twitter also vielen Dank für alles, so können wir doch alle gut miteinander irgendwie interagieren. Korrekt. So, und dann gucken wir mal, wer es diese Woche auf die Nominierten-Liste geschafft hat und da steht als erstes der Herr Kallmund, wer hat den denn da reingeschrieben? Irgendjemand muss es gewesen sein, ich war es nicht. Ich war es auch nicht, bleiben nur noch zwei. Kallmund? Kallmund. Ja. Ja, Rainer Kallmund, da habe ich, ich habe Sky geschaut und da hat er unter anderem auch das Spiel anmoderiert, hier Gladbach gegen Leipzig. Mhm. Ja, der Kalli wollte uns erzählen, erstmal, also, wenn bei Gladbach Kappa auf dem Trikot steht, dann ist er das gleiche, wie wenn Red Bull die sponsert. Da habe ich mir nur gedacht, das habe ich gerne. Scheiße, okay. Also, er wollte ja quasi erzählen, dass wenn Kappa sich in Gladbach engagiert, das ist das gleiche, wie wenn Red Bull sich in Leipzig engagiert. Ja, da esse ich doch gerne mal noch ein paar Frikadellen drauf. Grüße. Okay. Großartig. Gut, aber. Also, begründete Nominierung. Ja, das ist, definitiv. Also, ganz ehrlich, manchmal stelle ich mir schon die Frage, was der gute Kalli mittlerweile eigentlich für einen verquerten Gedankengang in seinem Kopf hat. ich weiß nicht, ist ja schon, ich meine, da gab es ja schon einige Dinge, wo du gedacht hast, ja gut, Rumi, Rumi gesagt schon, Kalli, weiß Bescheid, weiß Bescheid, der ist ja doch immer sehr sponsorenfreundlich, um es mal positiv zu formulieren und immer sehr Modernisierungs, ist kein Modernisierungsgegner, muss man es mal so zu sagen, aber, naja, ich glaube, da färbt dann halt schon ab, dass man halt mit Bayer Leverkusen jetzt nicht so die absolute Tradition gepachtet hat, auch schon damals nicht, aber immerhin ist zeuglich. Na gut. Nun gut, dann kommen wir zu unserem zweiten Nominierten, den brauchte ich nicht mehr reinzuschreiben, weil irgendwer schneller war, jetzt bin ich mal gespannt, wer von euch das war, und zwar hat irgendwer den Herrn Sven Voss vom aktuellen Sportstudio hier reingeschrieben, ich hätte eine grobe Theorie, warum? Wer war das denn? Ich habe den Rauch reingeschrieben, glaube ich, ja, ich glaube, das ist selbsterklärend, wird nachher in den Empfehlungen auch nochmal thematisiert, aber auf jeden Fall für die Art der Fragen und wie Peter Fischer dort im Sportstudio, stellvertretend für die ganze Redaktion im Sportstudio, habe ich ihn nominiert, das war schon arg skurril, wie dort teilweise nachgefragt wurde und die eine Frage, die er gestellt hat, die hat, glaube ich, so gar keinen Sinn gemacht, weil die auch grammatikalisch völlig falsch war, das war schon arg sonderbar, will ich mal meinen. Ja, ich habe es nicht live gesehen, ich habe es mir danach angeguckt und ich habe es mir mehrmals angeguckt und da waren so ein paar Aussagen drin, die für mich keinerlei Sinn gemacht haben, also war echt schwierig anzusehen und wie sich jemand so einfach selbst demontieren kann, ist mir ein absolutes Rätsel. Ja, naja, gut, also das Problem ist, dass Sven Forsyth versucht hat, normaler Journalist zu sein und also ich glaube, dass, ich meine, wir erinnern uns alle an das Interview mit, wie heißt die, heute Journal-Moderatorin, also wo Peter Fischer mit, wie heißt sie denn, Mensch, warum wisst ihr das nicht? Marietta Slomka. Ja, danke dir, mit Marietta Slomka in den Diskurs getreten ist und auch sie hat natürlich auch ein bisschen versucht, versucht ein bisschen mehr rauszukitzeln und auch ein paar provokative Fragen zu stellen, aber das ist natürlich eine sehr, sehr sinnvolle Methode gewesen, um auch Punkte nochmal klarer zu stellen, weil Sven Voss war das, glaube ich, einfach nur der heillose Versuch, irgendwas, ja, irgendwas Aufmerksamkeitserheischendes zu tun, was aber irgendwie in die vollkommen falsche Richtung gegangen ist. Also ich würde einfach fast sagen, dass Sven Voss auch nicht so wirklich ein Gefühl für diese Dinge hat und das ist extrem falsch gelaufen. Muss aber sagen, hat, glaube ich, eher ihm in dem Sportstudio geschadet, als es Peter Fischer geschadet hat. Das definitiv, also Peter Fischer hat da sehr souverän auf diese Fragen reagiert und auch sehr klar seinen Standpunkt immer wieder vertreten und auch die Sachen auf eine sehr solide und ja auch sympathische Art und Weise einfach auch da ins rechte Licht gerückt und das hat definitiv mehr Sven Voss an dem Sportstudio geschadet. Also das hat ja auch eine Vorgeschichte, wenn man sich das Sportstudio vorher anschaut, also wenn dort ständig irgendwie alles verschiedensten Blickwinkeln beleuchtet werden würde, dann hätte ich das vielleicht sogar noch akzeptiert. Aber das Sportstudio ist die kuscheligste Sendung im deutschen Fernsehen mittlerweile geworden. Wenn die da hocken, da wird keinerlei kritische Nachfrage gestellt, dann sind irgendwelche Leute und Spieler und Alessandro Wagner und egal. Und was mich aber ehrlich gesagt stört, war so ein bisschen, ja, da wurden einige Relativierungen vorgenommen, die aber jetzt, wenn es um Fans geht, die eben nicht vorgenommen werden. Da wird jedes Streichholz, das im Block fällt, als überdramatisch, also als das größte Skandal der Welt hochgejazzt und da wurde es ein bisschen relativiert. Ja, aber das sind ja sechs Millionen, das sind ja nicht alles Rassisten. Natürlich stimmt das, aber man würde sich vielleicht diesen Mechanismus auch an anderer Stelle dann zumindest wünschen. Also das hat mich ein bisschen irritiert, dass wenn man beim Schiedsrichter mal sagt, der hat im Spiel keine Linie gefunden, finde ich, dass das Sportstudio das in der Sendung auch zumindest nicht gefunden hat. Gut gesagt. Ohne das aber jetzt zu sehr zu skandalisieren. Nö, nö, nö. Kein Eklat gewesen, es reicht trotzdem für unsere Kräfte. Aber dafür ist, ganz ehrlich, dafür ist die Reichweite des Sportstudios mittlerweile auch zu begrenzt. Also ehrlich gesagt habe ich nur Auszüge davon gesehen, weil mich die Sportstudio nicht mehr interessiert. Da muss ich sagen, ich glaube, es geht einigen anderen auch so. Also von der ganzen Konstitution her, natürlich ist es halt ein Name, aber andererseits, ja gut, und ich finde auch Sven Voss generell nicht mega wortgewandt und smart in allem in der Moderation. Also mich spricht es nicht mehr an. Ich fand, und außerdem weiß ich, wenn irgendjemand von der Eintracht dort zu Gast ist und die Eintracht noch zu spielen hat, dass das Ding in die Hose geht. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, es gibt mittlerweile, glaube ich, echt so einen Sportschau-Fluch. Immer wenn irgendjemand, also gefühlt, wahrscheinlich ist es faktisch gar nicht belegbar, aber so eine typische gefühlte Wahrheit, immer wenn jemand von der Eintracht irgendwie im Sportstudio ist oder weil er halt schon vorher angekündigt war, dann hat die Eintracht an dem Samstag verloren und er will am Sonntag verdienen. Also deswegen versuche ich das weitläufig zu vermeiden und ich bin immer froh, wenn der Kälte an jeglichen Eintracht Funktionären vorübergeht oder auch Spielern. Gut, aber ich finde es gut, dass es nominiert ist. Absolut verdienende Nominierung. Hättet ihr das jetzt heute vergessen, hätte ich das auch nochmal drauf gesetzt. So oft wie der Name hier bei uns im Planungsdokument auftauchte, auch mit anderen Dingen, die gleich noch kommen, kommt man das, glaube ich, gar nicht vergessen. dann haben wir noch einen dritten Nominierten, da würde ich jetzt auch einfach behaupten, den hat wahrscheinlich Basti auch reingeschrieben, den Herrn Rangnick. Ja, Ralf Rangnick, der war auch in derselben Sendung da, wo der Kalli gesessen hat, komischerweise, weil es natürlich um Leipzig ging, sehr überraschend. Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an die Aussage, beziehungsweise, was heißt er erinnert, aber das war ja, in der Woche ging es rum, als er auf einer Pressekonferenz, glaube ich, so einen kleinen Rundumschlag gegen die eigene Nachwuchsabteilung ausgeholt hat, dass er da irgendwie, dass es nicht so weitergeht und so, also es ist ziemlich wütend geworden, was an sich schon mal ein bisschen merkwürdig war, aber das Interview, was er dann vorm Spiel da geführt hat, das war wieder echt ein, ja, das reiht sich einen das Kabinett der Kuriositäten bei ihm, will ich es mal nennen, weil er eigentlich den, also den Ecki Häuser, den man auch getrennt noch mal betrachten könnte, eigentlich fast gar nicht zu Wort kommen lässt und aber ihm eigentlich in dem Gespräch unterstellt, als hätte der Ecki Häuser das gesagt, was eigentlich er gesagt hat. Was? Also er widerspricht sich selber und tut so, als wenn er Ecki Häuser, der Ralf Rangnick von vor einem Tag gewesen wäre. Also der hat sich, glaube ich, nicht mehr ganz beisammen. Und dann am Ende stellt Ecki Häuser eine Nachfrage, ja, aber warum müssen sie das dann öffentlich machen? Ja, wir besprechen das. Also was er gesagt hat, er hat sich komplett verhaspelt. Er hat gar nicht gemerkt, dass er eigentlich nicht dem Ecki Häuser widerspricht, weil der Ecki Häuser eigentlich nur das gesagt hat, was er einen Tag oder zwei Tage zuvor gesagt hat. Und das hat er aber irgendwie nicht mehr, wahrscheinlich konnte er sich nicht mehr erinnern in seinem Bahn und hat dem so vehement widersprochen. Scheinbar in dem Moment nicht sich darüber im Klaren zu sein scheinend, dass er das gesagt hat. Und das war einigermaßen kurios. Das ist ein, der Typ, ja, ich sag nichts. Mehr gut als... Das hat er mal genannt, Filteratmung, Filteratmung. Grüße, Ralf, mein Freund. Ich warte noch, bis ich ihn mal treffe. Es ist schon interessant, weil, also Rangnick könnte man auch nachsagen, dass er in gewisser Weise schon ein bisschen abgeleitet, ne, aber, naja. Ja, genau, das ist gut. Das hast du schön gesagt. Okay. Ich hab dieses Interview vollständig ignoriert, aber es klingt irgendwie nach einer ordentlichen Komödie, die man sich vielleicht nochmal angucken sollte. Na ja, gut. Aber er sucht natürlich, aber ich meine, das ist natürlich jetzt auch ein interessanter Punkt, Rangnick sucht natürlich jetzt, okay, jetzt haben sie mal wieder gewonnen, auch jetzt in der, ja, mit ein bisschen Glück und so weiter und so fort, jetzt sind sie durchaus unglücklich, aber... Geiler Navi übrigens. Ja. Look, man. Ja, der ist auf jeden Fall, ja, definitiv. Ja, also da, jetzt haben sie ja wieder gewonnen und so weiter, okay, aber die letzten Spiele lief es ja nicht so wirklich rund und ich glaube, dass dem natürlich den Ball Bobbes auch auf dem Grundeis geht. Wer weiß, ob Rangnick so mega sicher bei den, äh, bei den Leipzigen ist, wie man sich das vielleicht denken mag, ja, ich glaube, wenn der Erfolg ausbleibt, dann, dann bleibt auch Red Bull immer noch als neoliberale, äh, Maschine ganz oben, die um, ja, um großen Willen herum einfach einen Erfolg will, ja, und dann ist es natürlich klar, wenn dann irgendwie die Erfolge nicht da sind, dann wird das Personal ausgewechselt, ja, und ich denke, da muss er sich dann trotzdem ein bisschen Sorgen machen, das hat er sich gemacht und hat natürlich wie immer für einen Rangnick, ähm, die Schuld bei anderen gesucht, aber gut. Ja, also da würde ich dir total zustimmen, die sind so auf, ähm, diesen, diesen, diesen Gewinn und beziehungsweise so auf diese Unternehmensschiene getrimmt, dass die bei der kleinsten Störung in dem Prozess sehr schnell anfangen werden, da einzelne Positionen und auch Personen in Frage zu stellen und ich glaube, da sitzt du noch schneller irgendwie auf so dem heißen Stuhl als in manch anderen Fußballvereinen. Was du, was du natürlich bei dem Personal, bei dem spielerischen Personal schon die ganze Zeit machst, ne, weil da gibt es ja auch eine große Fluktuation, wirst du auch in diesen Positionen anfangen. Und das, guck dir an, wie das bei Salzburg die ganze Zeit gelaufen ist. Stimmt. Es gab, es gab eine gewisse Trainer-Kontinuität über ein paar Jahre, aber mittlerweile wechselt da so oft das Bäumchen, dass ich gar nicht mehr weiß, wohin das jetzt gepflanzt will. Also, da passiert so viel, mittlerweile hast du überhaupt kein Gefühl mehr dafür. Ich meine, Dennis und ich haben uns ja immer mal so ein bisschen latent für die österreichische Liga interessiert, das hängt dann auch damit zusammen, dass wir uns selbst kasteilt haben. Nein, Das war bestimmt irgendeine Wette, die ihr verloren hattet. Lustigerweise nicht, ja. Gut, und jetzt ist der Marco Rose seit, wir haben zwei dort, der ist sogar jetzt schon relativ lange dort Trainer, auch in Deutsche, aber davor ruckzuck, da Trainer, da Trainer, insofern, es ist kompliziert, glaube ich, bei Red Bull. Dann hatten wir noch eine höhere Nominierung, ich weiß jetzt nicht mehr, woher das, von wem die kam, das muss ich gleich noch mal raussuchen, und da würde ich es noch mal nachreichen. Und zwar wurde dort nominiert Julian Reichelt, oder heißt er Reichert, ich verwechsel das immer, der Bildmensch. Ja, ja, Chefredakteur. Chefredakteur, genau, Julian Reichelt, der sich ja eine ganze Zeit lang darüber aufgeregt hatte, dass es ja Veröffentlichungen gab über das geschätzte Gehalt, was er so verdient, und sich darüber beschwert hat, dass es ja Verletzung seiner Privatsphäre wäre, und der ja unter anderem dafür verantwortlich ist, dass es jetzt in der Bild anscheinend eine regelmäßige Serie gibt, die zeigt, wo denn die Mitspieler oder die Spieler von den 18 Bundesliga-Vereinen sich so in ihrem Privatleben aufhalten. Ach ja, stimmt. Hier, wo die Hotspots sind und so. Genau, hier treffen sie den Spieler, wenn er Pizza essen geht. Hier sehen sie ein Hochhaus. Auch da wohnen Spieler. Ja, also, ach Leute, muss das denn sein, wenn die Leute das freiwillig machen? Ja, meinetwegen, aber muss ich da eine Serie machen über 18 Fußballvereine, wo die Leute irgendwie Pizza essen gehen und irgendwie sonntags frühstücken oder irgendwas? Muss doch echt nicht sein. Erst recht nicht, wenn ich mich da vorher so aufkarre, dass Leute schätzen, was ich vielleicht verdienen könnte, was ja jetzt in dem Bereich auch nicht mal so tragisch ist in anderen Unternehmen, ist das öffentlich, da kann das jeder einsehen. Ist jetzt auch, ist halt sogar zum Beispiel die Zeitung mit den vier Buchstaben. Aber gut, das ist auch die Zeitung, die nach vielen tragischen Fällen nicht wirklich viel gelernt hat. Aber, ach komm, ist doch scheißegal. Also ich meine, natürlich ist es lächerlich, aber der ganze Typ ist halt schon seit extrem vielen Jahren lächerlich. Ich meine, hallo, guck dir doch an, die Tarnit Koch, die ist jetzt nicht unbegründet jetzt von diesem komischen roten vier Buchstaben für einen weggegangen. Das hat schon alles, das hat schon alles einen Grund, wenn du mit dem Typen nicht mehr klarkommen kannst. Naja, guck dir doch die Entwicklung an, was soll ich dazu sagen? Jetzt muss ich wieder 30 Minuten ausholen, aber ich glaube, das lassen wir einfach mal. Das lassen wir einfach mal, genau. Das ist die Luft, das ist die Luft nicht wert, die er da bekommen würde. Das brauchen wir nicht. Aber wer eine höhere Nominierung macht den? Nee, ich finde es vollkommen legitim. Ich finde diese ganze Idee, das zu zeigen, es gibt immer noch Privatsphäre, ne? Und ich, so, das scheint anscheinend zeitweise ausgesatzt worden zu sein. Irgendwann haben wir anscheinend den Schlag nicht gehört, aber man muss auch hier ein bisschen echt auf diese ganzen Leute aufpassen und gerade Fußballer sind, die stehen schon unter Druck, die verdienen zwar einen Arsch voll Geld, das muss man ganz klar sagen, aber die sind auch keine, oftmals keine fertig entwickelten Charaktere, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also in diesem Fußballgeschäft, in diesem pervertierten Fußballgeschäft, wo jeder auf den absoluten Erfolg auch getrimmt wird, wo persönliche Defizite vielleicht auch absolut versucht werden zu kaschieren, weiß ich nicht, ob das das von der Besse ist, das Besse ist von der Bild, dass sowas dann irgendwie rausgekehrt wird, aber naja. Und dann ist wieder das Geheule groß, wenn irgendwas passiert mit den Leuten, weißt du? Und dann will ich wieder die Schlagzeilen hören. Keiner hat's gewusst, also naja, ich will jetzt, ich muss jetzt wirklich mich zügeln, weil es ist auch immer noch die Zeitung, die ganz gerne mal Sechsen verteilt oder so, wenn Spieler schlecht gespielt haben. Stichwort Depression. Ja, das ist richtig. Habt ihr noch weitere Nominierte? Nein. Nö, ich finde aber, wir haben echt gut drauf gefunden. Genau, dann haben wir eine recht vollständige Liste für diese Woche wieder. Ihr könnt wie immer in unserem Blog abstimmen und dann werden wir in der nächsten Sendung sagen, wer es denn auf das Siegertreppchen geschafft hat. Und dann kommen wir zu unseren Empfehlungen und das ist sehr eintönig diese Woche, würde ich behaupten. Wer mag denn anfangen? Ja, ich empfehle auf jeden Fall den Sternartikel von Philipp Köster zum Sportstudio, wo er nochmal aufschreibt, was man da zumindest hinterfragen könnte. Ja, der war sehr gut geschrieben. Dann empfehle ich den Beitrag von Ben, dem Stadtneurotiker, einem geschätzten Kollegen, auch Twitter-Kollegen, den wir aber auch schon öfter mal live gesehen haben. Ein sehr netter Zeitgenosse, der sich auch mit der Thematik befasst hat. Den Beitrag von ihm habe ich sogar zuerst gelesen, bevor ich den von Köster gesehen habe. Thema Sven Voss und die fehlende Selbstverständlichkeit. Ein sehr, sehr schön geschriebener Beitrag eines sehr umsichtigen Zeitgenossen. Hat mir gut gefallen, kann ich nur empfehlen. Dafür gibt es Blogs. Sehr gut. Ich habe noch, wer nicht lesen will, was zum Hören, und zwar die Serie Das Interview von hr-info. Da war auch Peter Fischer ja zu Gast. Interessante, knapp, ich glaube, so 25 Minuten. Sehr kurzweilig, auch unter anderem Thematik, nicht nur sehr aktuell, sondern auch noch mal auf die Bordeaux-Fahrt, wie er es erlebt hat, kurz auch drauf eingegangen. Also sehr, sehr lustig, kurzweilig und immer in Peter Fischer Art ein lustiger, lässiger Spruch noch dabei. Also war auf jeden Fall, fand ich zumindest, ziemlich gut. Habe ich noch nicht gehört. Klingt aber so, als wenn man da auf jeden Fall mal reinhören müsste. Auf jeden Fall. Echt immer gut. Man merkt es halt schon, dass die ganzen, oder auch wenn Hellmann mal bei hr-info ist, denen gefällt es schon gut und da kommt auch immer was Ordentliches bei rum. Es macht Spaß. Sehr gut. Dann sind wir damit auch durch und laufen damit quasi auf die Ehrenrunde der heutigen Folge. Wir sagen Dankeschön für alle, die kommentiert haben, Feedback gegeben haben, uns Fragen gestellt haben oder hier Dummschwätzer-Nominierungen eingereicht haben, hatten wir auf jeden schon kurz erwähnt. Vielen Dank. Das hilft sehr, auch was wir an sonstigen Unterstützung von euch bekommen und auch Danke an all die Menschen, die heute wieder reichhaltig hier im Chat versammelt waren. Da war auch einiges los. Das war so viel, dass ich zum Teil gar nicht nachlesen konnte, aber das hilft dann doch auch nochmal so während der Sendung bei dem einen oder anderen. Vielen, vielen Dank. Ohne euch da draußen wäre das alles nur halb so lustig. Ja, dann bleibt uns nichts weiter übrig, als zu sagen, wir hoffen auf ein ordentliches Spiel am Mittwoch im Pokal gegen Mainz und ein ordentliches Spiel gegen Köln. Mögen wir möglichst viele Punkte und Siege und alles drum und dran bekommen und würde ich sagen, dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche und ein schönes Fußballwochenende. Macht's gut. Hey, 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 hey Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.